Meine Damen und Herren, herzlich willkommen im Körperforum zur Vorstellung unseres Buches Kommunale Intelligenz, das vor wenigen Wochen in unserer Edition Körperstiftung erschienen ist. Mein Name ist Lothar Dittmar und ich bin Mitglied hier im Vorstand der Körperstiftung. Wenn wir über Kommunen reden im Moment, dann verbinden wir das sicherlich häufiger mit dem Begriff Krise als mit dem Begriff Aufbruch, zum Beispiel mit der Schuldenkrise. Viele Kommunen ächzen unter der Zinslast von Krediten und können ihren öffentlichen Aufgaben kaum noch nachkommen. Sie wissen, was die Folgen sind, geschlossene Theater- oder Bücherhallen, marode Bäder oder reparaturdürftige Schulen. Oder Arbeitslosigkeit. Wir leben hier in einer Boom-Region. Sie wissen aber auch, dass es in unserer näheren Umgebung viele Regionen gibt, in denen traditionelle Betriebe schließen, die Arbeitslosigkeit steigt. Denken Sie in Mecklenburg-Vorpommern, aber auch an viele Regionen in Schleswig-Holstein oder in Niedersachsen. Oder die Überalterung der Bevölkerung. Sicherlich eine Folge der sozialen und der wirtschaftlichen Probleme. Die Alten bleiben, die Jungen gehen dorthin, wo es Arbeit gibt und wo sie ein gutes Leben finden. Zum Glück gibt es aber nicht nur solche Schreckensnachrichten, sondern es gibt mittlerweile auch viele Kommunen, die sich auf den Weg gemacht haben, nach intelligenten Wegen oder Auswegen aus dieser Krise zu suchen. Und das Umdenken geht sowohl von der Politik als auch von den Bürgern aus. Verwaltungen erkennen, dass es nicht ausreicht, das zu tun, was im Namen anklingt, nämlich Probleme einfach nur zu verwalten, sondern eher den öffentlichen Raum zu gestalten. Und Bürgerinnen und Bürger verlassen sich immer weniger auf eine Rundumversorgung durch den Staat oder die öffentliche Hand, sondern sie werden selber aktiv und entdecken das Gemeinwesen neu. Das sind nicht nur schöne Formulierungen, sondern es gibt mittlerweile auch eine ganze Reihe von Initiativen und ganzen Bewegungen, die für diese Geschichte stehen. Ich will nur einige nennen, die auch bei uns in der Arbeit der Körberstiftung eine Rolle spielen. 1992 haben Bürgerinnen und Bürger in Hannover die erste Bürgerstiftung gegründet. Daraus ist mittlerweile ein unglaubliches Erfolgsmodell geworden. Etwa 400 Bürgerstiftungen gibt es mittlerweile im Land. Aus den Vereinigten Staaten kommt die Idee von Community Organizing. Das ist die Idee, dorthin zu gehen, wo es wehtut, wo es kein funktionierendes Gemeinwesen mehr gibt, dort intakte Gemeinschaften wieder aufzubauen, eine Agenda für das Handeln von Bürgern zu schaffen. Und natürlich sollte man auch nicht vergessen, dass es viele traditionelle Vereine, Verbände, Initiativen gibt, die gerade auf dem Land imminent wichtig sind, um auch das Gemeinwesen weiter intakt zu halten. Vielleicht kann man so sagen, alle diese Initiativen tragen zur Stärkung der kommunalen Intelligenz bei. Es sind allerdings eher die Vorläufer oder die Keimzellen für das, was Gerald Hüther in einer, ich würde es nennen, Vision vorschwebt. Wir müssen Grundlegendes verändern, sagt er, und er möchte dazu beitragen, als Brückenbauer zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und der gesellschaftlichen Praxis zu wirken. Und wie man von einem Hirnforscher nicht anders erwarten kann, sagt er, Veränderung beginnt im Kopf. Ich zitiere ihn. Was heißt das, übertragen auf das heutige Thema der Kommunen? Ich will nicht alles schon vorwegnehmen, aber vielleicht auch dazu noch ein kleines Zitat. Es heißt natürlich Weiterentwicklung und Entfaltung der in einer Gemeinschaft angelegten Potenziale. Und jetzt zitiere ich noch einmal kurz Gerald Hüther. Wie bekommen wir solche neuen Gemeinschaften in der Kommune hin? Wie werden aus Kommunen lernende und lebende oder lebendige Einheiten? Und wie sieht eine solche neue Beziehungskultur ganz praktisch aus? Das sind Fragen, die nicht nur Sie haben, die habe auch ich. Ich bin gespannt auf dieses Gespräch. Darüber sprechen heute Gerald Hüther und Holger Nolze. Gerald Hüther ist Professor für Neurobiologie und leitet die Zentralstelle für neurobiologische Präventionsforschung der Psychiatrischen Klinik der Universität Göttingen und des Instituts für Public Health der Universität Mannheim-Heidelberg. Er schreibt außerdem Sachbücher, viele an der Zahl mittlerweile, hält Vorträge, organisiert Kongresse, arbeitet als Berater für Politik und Wirtschaft. Er ist Mitherausgeber wissenschaftlicher Zeitschriften. Und das würde ich gerne noch erwähnen, weil ich weiß, dass ihm das Thema im Herzen liegt. Mitbegründer des Netzwerkes für Erziehung und Bildung, wo es um die Frage geht, wie wir eigentlich eine Alternative zu den heutigen Lernmodellen in unserem Bildungssystem schaffen können. Er spricht mit Holger Nolze. Holger Nolze ist Professor für Musik und Medien an der Technischen Universität Dortmund, wo er den Studiengang Medienjournalismus aufbaut oder aufgebaut hat, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Er ist da, genau, wird schon betreut, der Studiengang. Er ist zudem Musikjournalist, er schreibt für diverse Printmedien, hat eine eigene Gesprächsreihe beim WDR Fernsehen und last but not least ist er auch Autor in unserer Edition Körperstiftung. Ich freue mich auf das Gespräch, das vor uns liegt. Und bevor es jetzt beginnt, darf ich Ihnen noch sagen, dass wie immer nach unseren Veranstaltungen wir Sie noch zu einem kleinen Empfang einladen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Dittmer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Sie können mich hören. Die große Zahl, in der Sie hier sind, ist ja schon ein Beleg dafür, wie sehr dieses Ding Hirnforschung boomt, aber auch vielleicht dafür, dass das wirklich ein genialer Titel ist, Gerald Hüther. Wir sind ja alle ein bisschen Hirnforscher, also wir forschen lebenslängig an unserem eigenen, oft etwas rätselhaft bleibenden Oberstübchen herum. Dann forschen wir, was andere wohl bewegt, mit Ihren Hirn. Das ist dann noch rätselhafter und noch merkwürdiger. Aber dieser Mann, meine Damen und Herren, ist natürlich ein richtiger Hirnforscher. Und von Göttingen aus strahlen seine Sätze weit ins Land. Man kann darüber nachdenken, warum gerade jetzt Hirnforscher, Neurobiologen so viele Aufmerksamkeit binden, mehr als zum Beispiel Musikwissenschaftler. Ja, dass sie sogar eine gewisse Prominenz entfalten. Sie sind prominent. Es liegt wahrscheinlich einerseits an der Explosion des Wissens in diesem Feld. Wir können heute Vorgänge sehen durch die bildgebenden Verfahren, so viel weiß sogar ich, die bis dahin also ein mythisches Dunkel waren. Und dahinter ist ein großes Versprechen. Wir könnten verstehen, kapieren, wie wir ticken. Was wir tun, was wir anders tun sollten und warum vielleicht auch so viel schief läuft. Das ist auch umstritten. Vielleicht kommen wir gleich noch drauf. Also was darf die Hirnforschung? Ich bin auch sofort so weit. Interessant finde ich, dass an dem Punkt, und deshalb ist es logisch, dass wir hier sitzen, Neurobiologie quasi Gesellschaftswissenschaft wird. Und jetzt bin ich bei diesem elektrisierenden Titel Kommunale Intelligenz, Gerald Hüther. Das ist ja ein Widerspruch in sich. Springbrunnen in der Wüste. Also ich komme aus Köln und ich sehe sozusagen täglich kommunale Nichtintelligenz. Und nun kommen Sie von der Seite. Ja, man muss sich ja nicht ständig an dem orientieren, was ungünstig läuft. Und das ist eigentlich das Interessante an dem Gebiet, aus dem ich da komme, aus dieser Hirnforschung, dass mithilfe dieser Wissenschaft, also einer Naturwissenschaft, plötzlich deutlich wird, da geht noch was. Also nicht nur bei Ihnen und bei mir, sondern bis ins hohe Alter. Vor allen Dingen bei den Kleinen ging ja auch noch eine ganze Menge. Das heißt, wir stellen fest, im Gegensatz zu dem, was wir im vorigen Jahrhundert alle geglaubt haben, wir sind nicht so determiniert, wie wir das mal vermutet haben. Bin sofort bei Ihnen, Herr Hüther. Bei Ihnen und bei mir und bei allen, die hier im Raum sind, glaube ich das sofort. Für Köln glaube ich es nicht. Lange Erfahrung. Ja, das ist ja genau das Problem, dass man auf dem Weg der Erkenntnis unterwegs stecken bleiben kann. Als Einzelner. Ja, aber auch als ganze Stadt. So, und was diese Hirnforschung jetzt zeigt, das haben Sie ja so wunderschön auch eben nochmal zitiert, da geht Weiterentwicklung bis ins hohe Alter. Bis ins hohe Alter könnte man nochmal neue Vernetzungen da oben aufbauen. Und es steckt eigentlich in jedem von uns deutlich mehr drin, als das, was jetzt im Augenblick hier so sitzt. Also man hätte ja... Ja, aber das wissen Sie ja, es hängt doch, der, der Sie heute oder diejenigen, die Sie heute geworden sind, das sind Sie deshalb geworden, weil Sie im Laufe Ihres Lebens bestimmte Erfahrungen gemacht haben, in dieser Familie groß geworden sind, nicht in einer anderen, hier in Hamburg und nicht in München. Nicht in Köln. Und hier in Deutschland, in diesem Kulturkreis und nicht im amazonischen Regenwald oder was. Und überall wären Sie anders geworden, hätten auch ein anderes Gehirn gekriegt. So, das ist die wunderbare Erkenntnis. Und aus der leitet man zwangsläufig ab, so wie ich nun gerade geworden bin. In diesem konkreten Lebenslauf bin ich eine Kümmerversion dessen, was aus mir hätte werden können. Das ist erstmal tröstlich und bedeutet, da ginge noch was. Und so wie das Hirn sozusagen sich zweitlebens noch erweitern könnte, indem neue Vernetzungen entstehen, und das, so kann man das jetzt auch auf Köln übertragen. Ja, weil, weil das ist vielleicht auch was Interessantes, dass wir zunehmend, je mehr wir verstehen, wie das Hirn funktioniert, desto mehr begreifen wir auch, dass das Hirn eigentlich organisiert ist wie ein soziales System. In Köln oder in jedem anderen sozialen System gibt es Einwohner und die haben bestimmte Beziehungen zueinander. Im Hirn gibt es Nervenzellen, die haben auch bestimmte Beziehungen zueinander und wir haben eben schon gehört, im Buch steht es auch, es kommt nicht darauf an, wie viele Einwohner da sind, sondern wie gut die Beziehungen sind. Und wenn die in Köln nun aus irgendwelchen Gründen besonders schlecht geworden sind, dann müssen sie sich fragen, was sie in Köln falsch gemacht haben. Ja, die sind natürlich ganz toll. Da gibt es den Karneval und dann explodiert sowieso alles. Wir wollen aber gar nicht über Köln reden, aber an dem Punkt lasse ich Sie ja so schnell gar nicht durch. Also Sie sind ein renommierter Hirnforscher, Sie wissen ganz viel von dem, was da oben passiert, zwischen Frontallappen und den anderen Orten, die es da so gibt. Aber über kommunale Prozesse zu reden, ist ja doch was anderes. Ich bin jetzt mal ein bisschen strenger. Und geht das überhaupt, das eine auf das andere zu übertragen oder ist es einfach nur eine super Metapher? Es ist sofort einleuchtend. Ich habe sofort so dieses euphorische Gefühl einer Übersicht. Ich kapiere was. Ja klar, eigentlich ist es ein lernfähiges System. Fantastisch. Man könnte etwas tun. Meine Depression, wenn ich morgens wieder durch diese Baustellen, diese rot-weißen Absperrgitter gehen muss, hat sofort, ich fühle mich sofort ein bisschen entlastet. Also nochmal gefragt, ist es nicht eine allzu verführerische Metapher und wo können wir das jetzt dingfest machen? Diese Übertragung vom Hirn zur Kommune. Ich finde das keine allzu verführerische Metapher. Im Hirn haben Sie einzelne Individuen in Form von Nervenzellen. Die haben Verbindungen zu anderen in Form von Fortsätzen und sogenannten Synapsen. Das sind die Stellen, wo wir uns im Augenblick gerade begegnen. Und dann gibt es im Hirn die Möglichkeit, das, was der eine weiß, an den anderen weiterzugeben. Das machen die mit Chemie, mit sogenannten Transmittern. Wir machen das mit Worten. Das ganze System im Hirn, das haben wir eben auch in den letzten 20 Jahren so ein bisschen gelernt, organisiert sich selbst. Also diese Beziehungen zwischen den Nervenzellen ist keiner da, der die festlegt, der liebe Gott nicht und auch die genetischen Programme nicht, sondern die organisieren sich selbst. Und da sind wir praktisch bei den Merkmalen von jedem sozialen System. Es organisiert sich selbst, die Beziehungen organisieren sich selbst. Der Bürger in Köln oder der Bürger in Hamburg oder in einem bestimmten Stadtteil, je nachdem, welche Rahmenbedingungen herrschen und was auch für eine Geschichte mitgebracht wird, aus der man diese Beziehungen gestaltet. Und dann darf man sich durchaus hinstellen und darf sagen, wenn es möglich ist, dass in einem menschlichen Hirn noch mehr Konnektivität oder dass in einem menschlichen Hirn noch mehr Konnektivität aufgebaut wird und das Ganze dann nachhaltiger und umsichtiger und komplexer und damit auch besser funktioniert, dann ist es doch gerechtfertigt zu sagen, warum sind wir eigentlich noch nie auf die Idee gekommen, dann auch die Beziehungen zwischen den Menschen in einer Kommune so günstiger zu gestalten, dass die eben auch plötzlich Potenziale entfalten können, die wir im Augenblick dort überhaupt noch nicht entfalten konnten und ich glaube, dass da ein riesiger, ein riesiges Potenzial steckt, so wie aus jedem von uns noch ein ganzes bisschen mehr werden könnte, im Hirn, könnte aus einer Kommune plötzlich etwas entstehen, was im Augenblick wahrscheinlich fast undenkbar ist, wenn Bürger in der Kommune anfangen würden, nicht ihre Besitztümer auf Kosten von anderen oder ihre Vorstellungen auf Kosten von anderen zu verteidigen, sondern wenn die anfangen würden, gemeinsam darüber nachzudenken, was für alle gut wäre. Das hört sich jetzt ein bisschen illusorisch an, aber ich kann das auch gerne begründen, warum das auch die attraktivere Variante ist, an der wir auf Dauer gar nicht vorbei können. Kommen wir gleich hin, vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Eigentlich müsste das, was Sie sagen, also im Kern lernen wir dann, wenn wir Beziehungen eingehen und je vielfältiger das ist, desto mehr vernetzt sich da in meinem Kopf. Das habe ich richtig verstanden. Normalerweise ist das die Familie, in der das passiert. Das ist, das verrate ich jetzt einfach mal, das ist der eigentliche Grund, weshalb ich das Buch geschrieben habe. Ich wollte gar kein Buch über Kommunen schreiben. Ich wollte rausfinden, ich wollte eine Frage klären und die Frage heißt, woher bekommen eigentlich oder wie gelingt es uns, dass Kinder das Wichtigste, was sie im 21. Jahrhundert brauchen, was sie vielleicht schon immer unbedingt gebraucht haben, woher, woher, wo lernen die das und woher bekommen die das und das ist diese sogenannte soziale Kompetenz. Soziale Kompetenz braucht man in einem sozialen System mehr als alles andere, da ist diese soziale Kompetenz auch wichtiger als alles, was sie in der Schule gelernt haben und soziale Kompetenz heißt nicht, dass sie mit vielen Leuten schwatzen können. Das ist nur erstmal Schwatzkompetenz. Soziale Kompetenz heißt, dass sie mit sehr vielen und vor allen Dingen sehr unterschiedlichen Menschen sich gemeinsam überlegen können, wie sie bestimmte Probleme lösen. Das ist soziale Kompetenz, dass ich also nicht nur mit Gleichaltrigen, sondern eben auch mit Alten und mit ganz Kleinen und mit auch ein bisschen Schrägen und Verworrenen und Schlauen und Besserwissern, dass ich mit all diesen sonderbaren Menschen, die es da also alle gibt in meinem Umfeld, dass ich da irgendwie lerne, zurechtzukommen und gemeinsam Probleme zu lösen. Und da haben Sie recht. Das ist in der Vergangenheit, wenn man fragt, wo hat denn das immer stattgefunden, wo haben Kinder auf dieser Erde immer gelernt, irgendwie einigermaßen soziale Kompetenzen zu entwickeln, muss man sagen, das war die Großfamilie. Immer. Seit der Steinzeit oder seitdem es Menschen gibt, war diese Familie oder die Sippe sozusagen der Knetteig oder die Spielwiese, in der die Kinder diese wichtigen sozialen Kompetenzen erwerben konnten. Viele Kinder genug Verrückte sozusagen zusammen, um daran zu lernen. Ja, sicherlich sind auch manche Familien ungünstig gewesen und da war das Ganze auch transgenerational sehr schräg. Das kann auch sein, aber irgendwie haben sie wenigstens die wichtigsten Kompetenzen mit ins Leben rausgebracht. Und jetzt sind diese Großfamilien weg. Die kriegen wir auch nicht mehr wieder. Also ich erinnere mich noch, der Urgroßvater, der hat den Ersten Weltkrieg mitgebracht, der hat immer gesagt, immer vom Ersten Weltkrieg erzählt und hat gesagt, ich wollte immer weg. Und er sagte, Junge, du bleibst jetzt hier sitzen, ich muss dir das erzählen, sonst ist gar keiner mehr da, der es weiß, wie das furchtbar ist im Krieg. Und dann bin ich da sitzen geblieben und habe mir das angehört. Wunderbar. Fanden Sie das gut? Ja, das fand ich. Oder erst jetzt? Nein, ich fand es auch damals wichtig. Ich fand es wichtig, dass ich den verstehe. Und dann habe ich mich aber auch um kleine Babys gekümmert, die in dieser Großfamilie mit groß geworden sind. Und wenn meine Mutter mal schlechte Laune hatte, dann bin ich zu meiner Tante gegangen und habe gesagt, die hat mir ja schon wieder hier irgendwas erzählt und dann hat sie gesagt, die hat heute mal einen schlechten Tag, das ist nicht so schlimm. Die mag dich trotzdem. Das heißt, da sind auch die Einflüsse verdünnt worden. Man hat ein reicheres Spektrum an sozialen Erfahrungen gemacht und die Einflüsse sind verdünnt worden. Und heute, wenn ich es jetzt ganz, ich mache es ganz vorsichtig und ich möchte Sie bitten, das auch nicht weiterzuerzählen, aber wenn man die Situation heute anschaut, sind Kinder auf Gedeih und Verderb den Schrullen und Mackeln ihrer Eltern ausgeliefert. Das muss man mal sehen. Da ist ja auch manches gut gemeint und ich glaube auch, dass alle Eltern sich auf ihre Weise Mühe geben, aber der Horizont eines Elternpaares ist leider zu klein. Und nur zwei Eltern ist zu wenig an sozialen Kontakten. Und jetzt haben wir die Situation, dass die Kinder praktisch zwar lernen, mit ihren beiden Eltern zurecht zu kommen und dann schicken wir sie in unsere altershomogenen Gruppierungen. Kindergarten, alle in die gleiche Altersstufe, Schule, alle in diese gleichartigen Klassen. Und was kommt dabei raus? Dass Kinder entstehen und dann in die Gesellschaft hinausgehen. Die haben eigentlich nur gelernt, mit Gleichartigen zurecht zu kommen. Und haben mit Eltern zu tun, die versucht haben, alles richtig zu machen, sozusagen immer schon zu antizipieren, was ist in meinen Kindern eigentlich, was ist mit denen los. Das kann auch ein Problem sein. Vielleicht schon, auch wenn man zu wenig Gelegenheit hat, auch noch die Ansichten von anderen Menschen, die auch erwachsen sind, kennenzulernen und mussten immer das glauben, was ihnen da diese Eltern beibringen wollten. Das ist schwierig. Das ist schwierig. So, das geht jetzt nicht mehr. Und jetzt haben wir die Kommune. Jetzt gibt es ja dieses schöne Wort aus Afrika, es braucht ein Dorf, um ein Kind groß zu ziehen. Aber ich habe mich dann doch gefragt, kommen wir mal langsam, komme ich jetzt langsam mit der Praxiskeule, geht das auch in einer Großstadt jenseits von Afrika. Und wie soll das gehen? Es ist mir auch egal, ob es geht. Es gibt ein ganz anderes Argument und das heißt, wenn wir das nicht hinkriegen, was passiert denn dann? Wir haben ja die nächste Stufe schon erreicht. Jetzt kann man ja nicht nur, jetzt wachsen Kinder auf, die nicht nur die Gleichaltrigen haben als einziges Sparringspartner, mit denen sie soziale Kompetenzen erwerben. Jetzt haben sie ja noch die Möglichkeit, diese sozialen Netzwerke einzusetzen und jetzt können sie unter den Gleichaltrigen auch noch diejenigen weglöschen, die eine andere Meinung haben. Jetzt entstehen Gruppen, die nur noch mit Gleichaltrigen und Gleichgesinnten unterwegs sind. Das kann nicht gehen. So kann eine Gesellschaft nicht überleben. Das tut mir leid. Das ist, was dich da andeutet, das ist eigentlich schlimmer als die Klimakatastrophe. Das ist der völlige Bruch einer Gesellschaft in lauter verschiedene Gruppen von Interessesvertretern oder wie immer man das nennen will und deshalb muss eine Lösung her und dann habe ich überlegt, wie kann denn die Lösung aussehen und wir kriegen die Großfamilien nicht wieder her und da habe ich gesagt, die einzige Möglichkeit, die es jetzt gibt, ist, dass sich Nachbarschaftsgemeinschaften bilden, dass in den Kommunen, in den Städten, Dörfern oder wie auch immer sich verantwortungsvolle Erwachsene endlich mal besinnen, dass wenn sie die Kinder nicht vernünftig groß sind, dass dann der ganze Laden hier auseinanderfliegt und dann vielleicht auch auf die Idee kommen, dass sie sich vielleicht mal verständigen können, dass sie auch mal so ein Kind übernehmen könnten, dass sie auch mal helfen könnten, wenn die merken, die Eltern packen das nicht alleine, dass die auch mal ein Angebot machen können, ich nehme dich mal mit am Wochenende auf eine Wanderung oder irgend so etwas und das würde heißen, da entsteht eine andere Beziehungskultur und da sind wir jetzt bei dieser kommunalen Intelligenz. Da vernetzen sich die Menschen anders, nicht weil sie müssen, nicht weil es irgendjemand vorgeschrieben hat, sondern weil sie wollen, so wie die Nervenzellen. Die vernetzen sich auch nicht, weil sie müssen und irgendein Politiker gesagt hat, vernetzt euch mal. Nun sehe ich, ich lasse Sie jetzt mit der Stadt, wo ich mich meistens aufhalte, einfach mal in Ruhe, aber ich sehe, ich sehe natürlich, ich kann das Problem total verstehen, also ich völlig, das ist so und da bin ich auch nicht so richtig optimistisch. Sie sagen, es muss gehen, weil anders geht es in die totale Katastrophe, gehe ich auch noch mit, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dieses in sich sehr tief gelernte, stabile System, das wir nicht gut finden, das will ich verändern, indem ich mal sage, so, komm mal mit, wir machen jetzt mal einen Ausflug oder so, also das muss hier 60 Millionen Auflage haben, das ist ja sowieso schon mal klar, das heißt, ich brauche viele Leute. Das hofft die Körperstiftung auch. Ja, das ist auch eigentlich die Latte, die hier hängt, aber ich muss natürlich, wenn Sie und ich und alle, die hier sind, sagen, wir machen jetzt mal was, das machen wir morgen, da kommen wir vielleicht noch mal drauf, was könnte man jetzt mal wirklich tun. Ich bin noch nicht so richtig optimistisch, dass ich dann so eine Initialzündung in Gang setzen kann und aus der verändert sich dann wirklich was. Ich habe vielleicht erst mal was gemacht, von dem ich glaube, dass es gut ist. Das ist für mich erst mal schön, aber wo geht es dann weiter? Wie geht das weiter? Wie stößt das eine Molekül das andere an? Wir reden ja hier über nicht angeordnete Prozesse, sondern über Kulturwandelprozesse. Das heißt, hier müssten Menschen immer, müssen allmählich, und das beginnt mit jedem Einzelnen, der Einzelne muss sich fragen, ob er so weiterleben will oder ob er vielleicht lieber zu seinen Nachbarn eine bessere Beziehung haben will. Und dann kann der auch mal hingehen und kann ihm sagen, das war eigentlich Mist, wie wir jetzt seit zehn Jahren hier nebeneinander gelebt haben. Das heißt, das sind Prozesse, die alle von unten ausgehen, die kriegen Sie gar nicht von oben organisiert und was Sie machen können, ist von oben her, also politisch oder eben mit solchen Büchern, Sie können Menschen einladen und ermutigen und inspirieren, dass Sie es wenigstens mal versuchen. Und jetzt wird es interessant, wenn die das dann versuchen, dann merken die immer, dass das geht und dass das sogar Spaß macht. Das ist viel schöner, wenn man sich miteinander verständigt, als wenn man dauernd seine Fründe gegen einen anderen verteidigen muss und sich auf Kosten von anderen durchsetzen muss. Ich bin schon total gewonnen, aber wenn Sie sagen, einladen, ermutigen, inspirieren, das ist natürlich auch die Sprache der Kirche. Wir wollen Sie einladen und die haben eigentlich auch ein ganz gutes Angebot, klappt aber nicht, weil die Leute in ihrem alltäglichen Elend so viel Gegenmittel schon gefunden haben. Fernsehen gucken, am Internet hängen, Alkohol trinken, Pillen trinken, zu viel essen, das ganze Repertoire. dass ich mich frage, wie kriege ich die jetzt, ich frage mich das ja auch, also das ist ein etwas anderer Punkt, wie kriege ich die von der Couch runter? Also ich kann sagen, ja, da ist was dahinter, du wirst sehen, das ist ganz toll. Aber allein die mal von der Couch wegzubewegen, damit sie eine positive Erfahrung machen, aus der dann etwas anderes folgen könnte, schwierig. Das mag schon schwierig sein und trotzdem geht es nicht um das. Das ändert sich im Hirn nicht dadurch irgendetwas, da entsteht auch keine neue Verschaltung, indem sie den Leuten jetzt irgendwas einzurecken versuchen. Die können sich auch Mühe geben, das wird auch nichts. Das Einzige, was dazu führt, dass sich im Hirn was ändert, ist, wenn sie plötzlich eine Erfahrung machen und sie merken, wow, das macht Spaß. Das heißt, sie müssten so eine Couch-Potato, so ein Exemplar, müssten sie vielleicht mal in eine Situation bringen, wo der doch Lust kriegt, mitzumachen. Vielleicht machen sie mal unten, wenn sie in so einem größeren Wohnblock wohnen, machen sie doch mal unten so einen Tisch hin und ein bisschen ein paar Stühle rum und kochen sie mal was und klingeln sie überall und sagen sie, ich habe hier ein Essen gekocht, kommt doch mal runter. Das kann sein, dass so einer sogar runterkommt. Und dann könnte es sogar sein, dass dem das euch da unten gefällt. Und dann sage ich voraus und da bin ich mir absolut sicher, es ist immer attraktiver, mit lebendigen Menschen in eine beglückende Beziehung zu kommen, als dass man vor irgendeinem Gerät sitzt, was einem irgendwas vorspielt. Das heißt, die wahre Beziehung ist immer wertvoller. Die geht ihnen ans Herz, die macht sie glücklich und das andere ist immer nur eine Ersatzbefriedigung, die man sucht, weil man das, was man eigentlich sich wünscht im Inneren, nicht findet. Aber der Mensch vor seinem Gerät, vor dem Bildschirm oder vor der Flasche oder wie auch immer auf der Couch hat ja Angst davor. Der hat sich ja, also das ist wahrscheinlich nicht mal ein bewusster Prozess, vielleicht hat er auch gar nichts anderes mitgekriegt in seinen familiären Umständen, wo er herkommt. Aber das ist ja doch schon eine Abschottung, genau vor dem kleinen, netten Grillabend auf dem Hof. Das macht er ja, weil er eigentlich Angst vor den anderen hat. Das ist die falsche Art, wie wir hier diskutieren, weil es geht ja nicht darum, dass sie jeden mitnehmen. Es geht erst mal darum, dass sie die mitnehmen, die wollen. Das würde schon vollkommen reichen, das sind schon Mengen. Und dann, wenn sie, wenn sie also immer den Hasen zum Jagen tragen wollen oder müssen, dann wird das nichts. So, das heißt, dann lassen sie einfach den auf seiner Couch sitzen und kümmern sie sich um die anderen neun Leute in ihrem Haus, die Lust haben. Und wenn da unten richtig der Bär losgeht und sie da tanzen, da guckt er schon hinter der Gardine und fragt sich, ob es nicht vielleicht besser wäre, das nächste Mal mitzukommen. Also sie müssen attraktive, attraktive Zusammenkünfte, Begegnungen ist eigentlich das richtige Wort, nicht Beziehung, Begegnung. Sie müssen Begegnungsorte schaffen, wo Menschen plötzlich etwas zustande bringen, was fast nicht denkbar ist. Manchmal erlebt man, vielleicht war es sogar auf dem Kirchentag hier oder da so eine Stelle, wo man gedacht hat, wow, was ist denn das? Da sind sich Menschen begegnet, dann wird das auf einmal anziehend, dann bleiben andere stehen und man merkt, wie es denen in den Füßen zuckt, weil die würden jetzt gerne mit reingehen. Und da brauchen sie nur noch den Kreis aufzumachen und dann kommen die. Also wir müssen dort anfangen, wo diejenigen sind, die verstanden haben oder die Lust darauf haben, aus diesen alten Mustern, die ja auch nur Gewohnheitsmuster sind, wie wir bisher miteinander umgegangen sind, herauszugehen und es nochmal anders zu versuchen. Hilft uns die Krise? Ich glaube nicht. Das Gefühl, Also hirntechnisch, also das ist immer so schnell dahergesagt, es muss alles noch schlimmer werden, damit sich die Menschen ändern. Also wenn es wirklich ernst wird und die Krise wirklich das wäre, was eine Krise ist, dann ist es gefährlich. Und wenn es gefährlich wird im Hirn, muss das Hirn schnell eine Lösung finden. Und die Lösung, die dann gefunden wird, ist niemals eine kreative, da müssen Sie ja sozusagen nach oben denken. Sondern dann greifen Sie zurück auf die alten Muster. Da sagen Sie, jetzt ist gefährlich, jetzt mache ich es so, wie ich es immer gemacht habe, wenn es gefährlich war. Und dann fällt man im Hirn, ich sage das immer, wie im Fahrstuhl, geht das von oben nach unten runter. Und da können Sie erst mal nicht mehr richtig klar denken, weil es zu gefährlich ist. Und dann versuchen Sie es mit den Gewohnheitsmustern, wenn die nicht funktionieren, weil das auch noch dort durcheinander kommt im Kortex, dann geht es runter in die alten Kindheitsmuster. Dann fangen Sie an rumzubrüllen und mit Türen zu schlagen. Und wenn das dann auch noch durcheinander kommt, dann bleibt nur noch der Hirnstamm. Das sind die archaischen Notfallprogramme und die kommen dann der Reihe nach, werden die dann eingeschaltet. Ja, oben ist alles durcheinander. Das Einzige, was geht, ist der Hirnstamm. Und dann kommt erst mal Angriff raus. Das ist das Beste, was man sich noch wünschen kann. Wenn das nicht geht, Flucht. Und wenn Angriff nicht geht, Unflucht nicht geht, dann kommt das raus, was wir hier in unserer Gesellschaft im Augenblick sozusagen besonders häufig erleben, ohnmächtige Erstarrung. dann sitzt man und hofft, dass es anders wird und weiß nicht, wie man es machen soll. Und da wäre es schon gut, wenn man da raus käme. Und da sagt der Hirnforscher wieder, wenn man da raus will, geht es nicht mit noch mehr Druck, sondern jetzt müssen Sie etwas erfahrbar machen, das heißt Vertrauen. Sie müssten dem Menschen eine Gelegenheit geben, dass der wieder merkt, ich kann ja doch was, ich kann auch was gestalten, ich kann auch mal auf jemanden zugehen. Dann müssen Sie ihm das Gefühl geben, dass er auch nicht alleine ist auf der Welt, weil es auch noch andere gibt. Wenn er alleine nicht mehr weiter weiß, findet er jemanden. Wäre auch toll. Und das Dritte ist genauso wichtig, dass man, wenn es alleine nicht geht und mit den anderen nicht wenigstens das Gefühl hat, dass man in dieser Welt, auch in dieser Kommune auf irgendeine Art und Weise gehalten ist. Dass das auch Sinn macht, mit denen zusammen zu sein. Und dann käme man aus der untersten Etage mit dem Fahrstuhl oder aus diesem Kellergeschoss im Hirnstamm, da käme man wieder hoch. Und dann konnte man kreativ werden. Also Krise ist überhaupt nicht das Richtige, um eine neue Lösung zu finden. Das, was interessant ist, ist, dass es etwas anderes, das heißt Dilemma. Und ich bringe Sie ja jetzt absichtlich in so ein Dilemma. Und das ist auch der Sinn dieses Buches. Sie kommen in ein Dilemma, weil Sie der Meinung sind, es geht überhaupt nicht, dass sich Köln mal jemals verändert. Und dann stellen Sie fest, wenn Köln überhaupt eine Zukunft haben will, muss es sich verändern. Das ist ein Dilemma. Sie setzen natürlich immer einen anderen Städtenahme ein. Das ist ja klar. Ja, das gilt aber dafür alle. Also ein Dilemma hat den Vorteil, ein Dilemma ist nicht wie eine Krise dadurch zu lösen, dass man auf die eine Seite der Waagschale noch mehr draufpackt. Das ist ein bisschen durcheinander gekommen. Dann packen wir hier was drauf und dann ist wieder rejustiert. Das können Sie endlos machen, Krisenbewältigung, und das Ergebnis davon ist, dass sich überhaupt nichts entwickelt. Es geht immer nur auf der Stelle hin und her. Deshalb gefällt uns das auch nicht, was mit Krisenbewältigung passiert. Dilemma ist besser. Dilemma heißt, also das können Sie nicht lösen, indem Sie hier mit draufpacken, sondern da müssen Sie oben raus. Also Einstein hatte ein Dilemma, als der gemerkt hat, Newton'sche Physik geht nicht überall und ist nicht kompatibel mit der Quantenphysik und den Erkenntnissen, die sie damals hatten. Das Dilemma löst man nicht, indem man wie die Kirche im Mittelalter sagt, nein, die Erde ist doch eine Scheibe, sondern das löst man, also nicht, indem man sagt, Newton hat recht oder die Quantenmechanik hat recht, sondern man springt hoch auf ein neues Niveau und das heißt Relativitätstheorie und da haben Sie alle recht. Wunderbar. Ich habe noch so ein schönes Beispiel mit Dilemma. Das gefällt mir auch so gut. Das ist, wenn Sie gleichzeitig als Mann blonde Frauen toll finden und schwarzhaarige. Das ist ein richtig tolles Dilemma. Und dann wissen Sie, wie das geht. Dann nimmt man erst mal die blonde, dann kommt man mit der in die Krise, dann nimmt man die schwarze und der Vorteil ist, Sie können das machen bis zum Sterben. Sie müssen das nicht lösen. Die Krise müssen Sie lösen, die wird immer gefährlicher, aber das Dilemma müssen Sie nicht lösen, ist immer unangenehm, aber nie richtig glücklich und immer stachelt es in Ihnen so und dann müssen Sie hoch. Und wie wollen Sie das lösen? Wenn Sie jetzt merken, noch einen Austausch bringt es auch nicht mehr, irgendwann kommen Sie mal drauf und vielleicht kriegen Sie dann so einen Durchbruch wie der Einstein und das würde dann vielleicht heißen, dass man sagt und erkennt, in jeder Blonden steckt auch eine schwarzhaarige. Dann hätten Sie es gelöst. Dann können Sie mit der Frau zusammenbleiben und dann die schwarzhaarige in der Blonden suchen. Okay. Das Beispiel ist gut, ja. Aber es ist auch ganz, es ist natürlich ganz einfach, weil ich erkenne, also, dass mir eine gut aussehende Brünette lieber ist als eine hässliche Blonde. Das heißt, das Gute ist, dass ich doch, und das lässt sich vielleicht wieder übertragen, dass ich sozusagen in die Lage komme, Werte zu entdecken und Werte zu finden. Das ist es. Das ist das schöne Wort, statt dass Sie immer versuchen, die Leute zu verändern, müssen Sie in diesen anderen Menschen Schätze suchen. Irgendwas, was in denen drin ist. Es ist in jedem Menschen, in so einer Nachbarschaftsgemeinschaft, selbst der Furchtbarste, den Sie überhaupt nicht leiden können, in dem ist immer noch irgendwas, wenn Sie sich drum kümmern würden und das mal ernsthaft versuchen würden, Sie finden in jedem Menschen irgendetwas, was gut ist, was Sie mögen. Wo wissen Sie das? Weil ich es versucht habe, ich habe noch keinen gefunden. Doch, das müssen Sie selber ausprobieren. Das gibt mit objektiven, wissenschaftlichen Verfahren, wird man das nicht nachweisen können. Das muss jeder für sich selbst erkunden. Deshalb sind wir ja eigentlich in Wirklichkeit alle Wissenschaftler. Und Sie können sich jetzt auf den Weg machen und können gucken, nehmen Sie sich den Schlimmsten vor, den Sie kennen und fragen sich, ist der nicht in dem doch noch irgendwas, was ich mag. Sie machen ja eine Sitzung, Sie sagen, der Mensch ist gut. Das muss man erst mal bringen. In jedem Menschen ist etwas drin, was ich finden muss. Ich will darauf hinaus diese Schatzsuche, weil das ist dann nämlich für die kommunale Intelligenz das Gleiche, statt dass Sie immer sagen, wie es jetzt alle machen müssen, wäre es besser, in der Kommune zu gucken, nach Talenten, nach verborgenen Möglichkeiten, die da überhaupt noch nicht entwickelt worden sind. dann wird es interessanter. Aber auf dieses Menschenbild, warum sind Sie sich so sicher, dass da auf dem Grund der Seele meines Nachbars ein Schatz ruht? Ja, das ist aber, ja, das ist vielleicht die allerbedeutendste Entdeckung dieser Neurobiologie, dass wir nicht als Kümmerlinge zur Welt kommen, die dann erst noch erzogen werden, sondern dass wir mit diesen Schätzen auf die Welt kommen. Nie wieder im Leben waren Sie so neugierig wie damals. Diese ganze Entdeckerfreude, diese Offenheit, diese Beziehungsfähigkeit, dass ein kleines Baby, wenn es dann in der Welt ist, im Grunde genommen an jedem Ort dieser Welt, wenn sich nur jemand um das Baby kümmert, groß werden kann und sich dann auch dort zu Hause fühlt. Das ist ja eine so große Offenheit, da ist so viel möglich und dann verschwindet das. Ich sage ja immer, kleine Kinder haben am Tag ungefähr 50 bis 100 Mal diese Gießkanne der Begeisterung in Ihrem Hirn an, deshalb lernen Sie so viel und dann schicken wir sie in die Schule. Und da merken Sie, was wir mit diesem Schatz machen. Indem wir Ihnen versuchen, was beizubringen, machen wir das genau kaputt, was Sie in sich haben. Indem wir Sie in unsere Vorstellung hineinpressen, rauben wir Ihnen die Fantasie, wie Sie es selber machen können. Indem wir mit Förderprogrammen über Sie herziehen und Ihnen alles Mögliche beibringen, rauben wir Ihnen die letzte Zeit, die Sie überhaupt noch haben, um selbstständig und frei mal spielerisch die Welt entdecken zu können. Und gar keine Zeit mehr dafür. Kinder mit vier Jahren fragen am Tag 400 Fragen. Wie soll man das denn machen, wenn man von einer Förderveranstaltung zur nächsten muss? Also auf Schule müssen wir natürlich gleich noch kommen, da steckt ja noch was Richtiges drin. Aber ich sehe ja gerade mit Entsetzen, dass Sie auch nicht an Förderprogramme glauben. Also wenn wir jetzt, das wäre jetzt, wir sitzen in einer Stiftung, Herr Dittmann hat gefragt, wie soll es denn jetzt gehen? Was machen wir jetzt damit? Gute Ideen, kann man eigentlich kaum was gegen sagen. Ich weiß nicht, was so Theologen, was die alles noch sagen. Aber lassen wir das. Wir nehmen das so, ich bin total einverstanden. Jetzt legen wir aber ein Programm auf und das Bundesministerium für Forschung und Wissenschaft legt auch noch mal ein bisschen Geld raus und wir investieren Geld da rein, dass im Rahmen der Kommune Erfahrungen gemacht werden können, die Synapsendünger sind total. Das ist aber auch nicht der richtige Weg. So haben wir es ja gelernt. Wir haben ein Problem, wir nehmen Geld in die Hand, Bertelsmann Stiftung oder irgendetwas, nehmen wir Geld in die Hand, schaffen ein Modell, pumpen das richtig voll und dann sollen alle sehen, wie es geht und anschließend wird der Geld dann wieder abgedreht und dann fällt das Ding irgendwie ein Kartenhaus in sich zusammen. Das ist wie die Entwicklungshilfe im vorigen Jahrhundert in der dritten Welt. Dann schaffen wir da irgendwas hin und wenn wir wieder abziehen, bricht alles in sich zusammen. Das heißt, so dürfen Förderungsinstrumente nicht eingesetzt werden. Das haben aber jetzt inzwischen ja vor allem die Körperstiftung schon längst verstanden. Was Sie brauchen ist, Sie brauchen mithilfe von Mitteln, die zur Verfügung gestellt werden, vor allem in solchen Bereichen, wo sich die Verwaltungsorgane dieses Landes und die staatlichen Institutionen nicht engagieren. Dort könnten Sie mit Mitteln, die zur Verfügung gestellt werden, Erfahrungsräume gestalten, in denen das, was Sie sich wünschen, auch wirklich passieren kann. Gibt es einen Bereich, der nicht schon Gegenstand von Programmen ist? Programme haben einen riesen Nachteil. Das, glaube ich, haben die Stiftungen inzwischen auch verstanden. Programme haben den Nachteil, dass sie immer festschreiben müssen, was das Ziel des Programmes sein muss. Also nach zwei Jahren sollen sie dort und dort sein. Damit kriegen sie eine Zielorientiertheit in ihr Programm und sie müssen das dann hinten auf wissenschaftlich oder sonst wie statistisch evaluieren, dass das auch rausgekommen ist. Das hat den riesen Nachteil, dass sie von Anfang an das gesamte Programm immer nur auf das Ergebnis hin ausrichten. Was wir bräuchten, sind ja Programme, die nicht auf das Ergebnis fixiert sind, sondern auf den Prozess. Der Weg ist das Ziel, so wäre es. Man müsste also Kommunen darin bestärken, dass die eine andere Beziehungskultur aufbauen, dass die daran Freude haben, aber nicht erst ein bestimmtes Ziel erreichen. Und da kommen wir jetzt mit unseren aus dem vorigen Jahrhundert kommenden Messbarkeits- und Machbarkeitswahn etwas in Konflikt, weil wir uns nicht darauf verlassen können, dass sich selbstorganisierende Beziehungsmuster dann am Ende auch eine gute Lösung finden, wenn die sich erst mal auf den Weg machen. Wir verlassen uns nicht darauf, dass Kinder alleine lernen wollen, sondern müssen es ihnen beibringen und dann im Programm prüfen, ob sie auch zum rechten Zeitpunkt alles gelernt haben, was man zu diesem Zeitpunkt eigentlich alles gelernt haben soll. Und das heißt, aber dann gibt es so Ausnahmen, wo wir dann plötzlich sehen, es geht auch ohne. Es gibt einen jungen Mann, der zieht durch das ganze Land, André Stern, der war nie in der Schule und ist aber hoch gebildet. Das heißt, offenbar braucht man das gar nicht. Es gibt offenbar auch Möglichkeiten, dass Kinder groß werden und ihre Lust am Lernen überhaupt gar nicht verlieren. Es scheint auch so zu sein, dass Kinder wohl offenbar überhaupt nichts Lieberes tun, als zu lernen. Aber das können... Können Sie sich dort mit Freude engagieren, wo Ihnen jemand sagt, was Sie machen sollen? Das geht ja gar nicht. Also wir setzen unsere Kinder Bedingungen aus, die ungünstig sind. Und was ich dann sage, ist, man müsste ihnen Erfahrungen ermöglichen, wo sie erleben, wie toll das ist, wenn man in einer Kommune zum Beispiel mit anderen Kindern gemeinsam und zwar in altersgemischten Kohorten entdecken kann, was es alles in so einer Kommune zu entdecken gibt. In einem Stadtteil in Hamburg können Sie 20 Jungs drei Jahre beschäftigen. Die wären nicht fertig, wenn die wirklich jeden Hausflur und jeden Dachkammer und jeden Keller dort entdecken dürfen. Aber wie kriege ich die jetzt zusammen, wenn ich nicht Programm mache? Wenn ich nicht sage, irgendwie im Rahmen des Projekts XY finden wir 20 Jugendliche, die sich jetzt auf den Weg machen und die Stadt explorieren und dabei wahnsinnige Erfahrungen machen, Beziehungen, Begegnungen haben und so weiter. Wie schubse ich das an? Also ein Beispiel sind diese Mehrgenerationenhäuser. Das finde ich eine sehr interessante Geschichte. Das sagt die Regierung. Wir geben euch ein bisschen Geld, damit ihr in eurer Kommune ein Haus errichtet und die einzige Vorbedingung, die wir haben, ist, es muss ein Haus sein, wo sich Menschen begegnen. Was ihr da drin macht, ob ihr dann Unternehmen macht oder dieses oder jenes, das ist euer Ding. Das ist richtig. Man gibt nicht das Ergebnis vor, sondern man zeigt einen Weg, man schafft einen Raum, in dem sich Menschen begegnen können. In Thüringen haben wir so ein Modell, das heißt neue Lernkultur in Kommunen. Genau das Gleiche. Da wird nichts weiter gemacht, als dass man versucht, in den Kommunen Bedingungen zu schaffen, dass die Kindergärten und Schulen ihre Türen ganz weit aufmachen, damit die Kinder und Jugendlichen aus der Kommune rausgehen in die Kommune und dort entdecken, was es da gemeinsam zu entdecken gibt, gestalten, was sie dort alles gemeinsam gestalten können und vor allen Dingen sich um das kümmern, worum sich sonst keiner kümmert. Das heißt auch Aufgaben übernehmen? Ja, aber selbstverständlich. Also das ist aber auch wieder so was, wir glauben, dass man den Kindern Aufgaben übertragen muss. Die haben keinen größeren Wunsch, als endlich wichtig zu sein und bedeutsam zu sein, indem sie Aufgaben übernehmen. Indem wir denen alles abnehmen, berauben wir sie ja der Chance zu erleben, wie toll das ist, wenn man eine Aufgabe zu Ende gebracht hat. Also hier ist nicht nur in den Kommunen, mangelt es sozusagen an Intelligenz, sondern auch in unseren Erziehungssystemen, die wir im Augenblick haben, in unseren Bildungssystemen. Aber das ist ein anderes Buch. Das ist nun wirklich ganz, das wäre ja ganz einfach, warum machen wir das nicht? Weil wir immer Angst haben, dass die das falsch machen? Dass sie unter das Auto kommen? Nein, weil wir aus einer Welt kommen, es wird ja immer die Geschichte mitgeschleppt. Also Eltern geben ihre Erfahrungen weiter und alte Schulsysteme und mit ihren Lehrern geben die Erfahrungen weiter und selbst in den Universitäten ist es so, dass immer erst dann ein Durchbruch erfolgen kann, wenn die Alten weggestorben sind. Und deshalb hängt man zum Teil an Mustern, wie man so vorgeht und was man so für richtig hält, die längst überlebt sind. Und in diesem Fall ist es eben so, im folgenden Jahrhundert, das war das Jahrhundert des Maschinenzeitalters oder des Industriezeitalters und diese ganze wissenschaftlich-technische Revolution, die da stattgefunden hat, einschließlich Mondlandung, hätten wir nicht hingekriegt, wenn wir nicht in diesem Jahrhundert darauf geachtet hätten, dass wir die Menschen, die da hineinwachsen, dass die gut funktionieren. Im letzten Jahrhundert, da kann jeder sagen, was er will, sind Menschen gebraucht worden, die funktionierten möglichst genauso gut wie die Maschinen. Und deshalb haben wir Schulen, in denen sozusagen bis heute in einer gewissen Weise, ich sage es ja nicht so gerne, aber da ist immer noch eine Abrichtungs- und Tresurmentalität dahinter. Da wird mithilfe von Belohnung und Bestrafung versucht, ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen. Das ist Tresur, da können Sie in den Zirkus gehen, da wird das auch gemacht. Aber im letzten Jahrhundert war das okay, da hat man das auch gebraucht. Und jetzt hat sich aber die Welt geändert. Jetzt braucht man keine Leute mehr, die braven Pflichterfüller sind und die gut funktionieren. Jetzt braucht man auf einmal Gestalter, die gemeinsam mit anderen in der Lage sind, Probleme zu lösen, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Und dann, finde ich, aber wird es höchste Zeit, dass wir unseren Kindern auch Gelegenheit geben, zu solchen Gestaltern zu werden. Und diese Erfahrung zu machen, wie schön das ist, wenn man nicht alleine gegen andere, sondern mit anderen gemeinsam sich auf den Weg macht, um was zu gestalten. Herr Hüther, wie kommen Sie auf das spale Brett, dass Sie glauben, dass Sie jetzt mit 125 Seiten und dem, was Sie hier sagen, dieses Ding, Schule, sozusagen einfach mal aus den Angeln heben können. Da denken doch seit, und nicht erst seit dem 19. Jahrhundert, irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Professoren, Erziehungswissenschaftler, Pädagogen, denken darüber nach, wie man es richtig macht. Und das waren ja nicht alles nur Dompteure und Zirkusdirektoren, sondern da gibt es ja irgendwie einen Haufen auch sicher guter Ideen. Und ich frage mich, wie kann das eigentlich sein, dass dieses System Schule so total, wie Sie es jetzt gerade dargestellt haben, versagt und immer noch und immer noch weiter und dass sich das als offenbar komplett nicht reformierbar erweist, wenn das stimmt. Ja, Sie haben einen zu großen Glauben dahin, dass man, wenn man es besser weiß, man es auch anders macht. Wenn eine Gesellschaft eben viele Pflichterfüller braucht, dann können Sie hundertmal mit reformpädagogischen Ansätzen 1920 die besten Schulen machen. Solche Leute werden nicht gebraucht. Stellen Sie mal vor, 1920 hätten wir überall solche wunderbaren reformpädagogischen Montessori oder sonst wie Schulen gehabt. Da wären aus diesen Schulen ja Kinder herausgekommen, die hätten, wenn man gesagt hätte, da drüben steht der Feind, dann hätten die gesagt, wieso steht da der Feind? Die hätten dann auch mal gesagt, wenn man denen erzählt hätte, hier gibt es eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, die ist nicht lebenswert. Die hätten gesagt, wie kommt er denn nach? So eine blöde Idee. Die hätten auch das Gas nach Auschwitz nicht reingeworfen. Die wären auch nicht in den Krieg gezogen. Also es hat man im letzten Jahrhundert eben alles gebraucht oder jedenfalls gab es Kräfte, die gemeint haben, dass man das braucht und da waren solche Schulen wie die Reformschulen in den 20er Jahren völlig unbrauchbar. Aber ist nicht gerade die Resistenz dieses Systems Schule ein starkes Argument für eine gewisse Skepsis, was jetzt die Reformierbarkeit von Kommunen angeht? Aber nur noch mal zu diesem Punkt. Im letzten Jahrhundert war das vielleicht auch notwendig, dass man es so gemacht hat, sonst wäre man vielleicht von anderen überrannt worden. So und jetzt haben wir in den neuen Jahrhundert und jetzt ist das, was im vorigen Jahrhundert notwendig war, auf einmal nicht mehr notwendig. Jetzt brauchen wir was anderes. Und währenddessen es vielleicht im letzten Jahrhundert auch notwendig war, dass man lauter Einzelkämpfer hochgezogen hat oder vor allen Dingen nach dem Krieg. Das ist ja diese Phase, wo die Autonomie und die Egozentriks sich so ausgeprägt hat, dass der Einzelne sich selbst immer nur noch definiert über das, was er mehr kann und mehr hat und besser weiß als andere. Vielleicht mussten wir durch so eine Phase durchgehen. Auch das kann ja sein, dass die Gesellschaft sowas gebraucht hat. Solche Klugscheißer und besser, wir sollen alles kümmern. Und vielleicht braucht man so eine Phase, damit wir uns alle gegenseitig beweisen, indem wir uns in diese Einzelkämpfermentalitäten hineinjagen, in der wir uns gegenseitig beweisen, wozu der einzelne Mensch im Guten wie im Bösen in der Lage ist. Die Zeit ist vorbei. Die Zeit der Einzelkämpfer ist auf dieser Erde im Grunde genommen längst vorbei und jetzt müssten wir was anderes lernen. Jetzt werden wir auf dieser Erde nur noch überleben können, indem wir diese Art von Vereinzelung überwinden. Ich bin ja Biologe und gucke das in viel größeren Dimensionen an. Wenn das mit irgendwas vergleichbar ist, dann ist das vergleichbar mit dem Übergang von den Einzellern zum Vielzeller. Das war auch ein schwieriger Übergang. Die wären auch lieber alleine geblieben. Das wird sogar interessanter, weil die Einzeller haben praktisch alles, was ein Vielzeller heute kann mit seinen Zellen, das haben die Einzeller alles erfunden. Es gibt kleine Einzeller, die produzieren Serotonin. Diesen Transmitter, der dann bei uns im Hirn verwendet wird, den haben die Einzeller erfunden. Und so haben die alles erfunden. Alles, was man überhaupt als einzelne Zelle nur machen kann, haben die alle schon gemacht. Das Einzige, wo dann der richtige Sprung stattgefunden hat, und jetzt sind wir hier, ist, die sich endlich mal entschlossen haben, zusammenzugehen, anstatt weiter gegeneinander zu arbeiten. Und das ist eine schwierige Übergangsphase, sage ich ja. Aber das gibt trotzdem keine andere Lösung. Sonst müssten wir das ganze Leben lang Einzeller bleiben. und bei dem Bedarf an Energie und Ressourcen, den wir als Einzeller in dieser Weise haben, werden wir das auf dieser Erde nicht mehr lange machen können. Das heißt, es gibt eine Begrenzung für die Erfüllung individueller Wünsche. Und es macht deshalb auch nicht so viel Sinn, eine Gesellschaft zu bauen, in der jeder glaubt, es kommt nun darauf an, dass er alle seine komischen Bedürfnisse, oder man muss ja fast eher sagen, Ersatzbedürfnisse befriedigt. Vielleicht kommt es eher darauf an, dass das wirklich von Menschen in einer Gemeinschaft gefunden wird, was wirklich, wirklich wichtig ist. Und das sind nur zwei Sachen. Erstens, jeder kommt schon mit dieser Erfahrung zur Welt und möchte das auch gerne. Zugehörigkeit, Verbundenheit, Konnektivität. Und das Zweite ist, jeder möchte auch einzigartig sein, möchte als Einzigartiger gesehen werden, möchte autonom werden und auch frei. Und das ist das große Grundstück, was wir bis heute noch nicht hingebracht haben, nämlich, Gemeinschaften aufzubauen, in denen der Einzelne das Gefühl hat, hier gehöre ich dazu und hier bin ich aber trotzdem auch als Einzelner gebraucht. Und dieses Modell, dieses Gesellschaftsmodell, das heißt, individualisierte Gemeinschaft. Das ist schön, weil da kommt es auf jeden an, aber jeder weiß, auch alleine sind wir nichts. Aber da gibt es dann, jetzt gehe ich doch noch mal zur Kommune, es gibt das Rathaus, es gibt die Verwaltung, es gibt Dezenate und Unterabteilung und so weiter und die haben jetzt gelernt, Individuen hin und her, wir brauchen aber Musterfälle und wir können, wir haben Formulare und da muss es eben so und so gehen und damit kriegen wir auch die Welt in den Griff. Sie sind kein Freund der Verwaltung. Ich bin aus dieser damaligen DDR abgehauen, weil ich es nicht aushalten kann, wenn Menschen vorgeschrieben wird, was sie zu tun haben. Ich bin ein Freund der Emanzipation. Ich würde mir wünschen, dass jeder einzelne Mensch so verantwortlich mit seinem Leben umgehen kann, dass der nicht von anderen verwaltet werden muss. Die Verwaltung von Menschen ist immer ein Akt, in dem man den Menschen zum Objekt macht. Also Verwaltung ist per se schlecht, es gibt keine gute Verwaltung. Wir müssen uns sicherlich Strukturen überlegen, wie wir das machen, aber die müssen so durchlässig sein, dass jeder sozusagen nicht verwaltet wird, sondern Mitgestalter dieses Verwaltungsaktes wird. Und das geht wieder in diesen individualisierten Gemeinschaften. Die hatten wir aber bisher nicht. Was wir bisher hatten, ist so etwas Ähnliches wie eine Herde, wo es einen Anführungsführer gab und der hat den anderen gesagt, wo sie alle hin müssen. Und dafür hat er einen schönen, der hieß König, dieser Anführer, und der hat einen schönen Verwaltungsapparat gebaut. Und der preußische Staat ist nichts weiter als so eine hierarchische Verwaltungspyramide, wo die Leute zu Objekten gemacht worden sind, wo sie am Ende nur noch so den Raum hatten, der ihnen da von dem Verwaltungsapparat zur Verfügung gestellt worden ist. Und wir haben uns davon noch nicht gelöst. Kürzlich kriegte ich einen Anruf aus Österreich, da gab es so einen Kindergarten und auf dem Kindergarten wuchs ein Baum, der war so schön schräg und da sind die Kinder immer drauf rumgeklettert. Und da habe ich gesagt, toll, also wenn Kinder wenigstens noch einen Baum haben, auf dem sie klettern können, super. Und dann ist da ein Kind runtergefallen, von dem Baum hat sich die Hand gebrochen oder irgendwas. Der Vater war Rechtsanwalt. Wisst ihr, was jetzt ist? Der Baum ist gefällt. Abgesägt. Ja. Weil es gibt sozusagen die juristische Behandlung des Problems ist wichtiger als die Erhaltung dieses Spielraumes für die Kinder. Und dass ein Kind meinetwegen auch mal vom Baum fallen muss und sich auch was brechen kann, das ist doch okay. Also wir haben mehr Angst vor dieser Verletzung und versuchen die Kinder davor zu schützen. Das ist aber gleichbedeutend und ähnlich in der Strategie wie jemand, der möchte, dass Kinder laufen lernen, ohne dass sie hinfallen. Also erst dadurch, dass ich falle, kann ich mich auch und da aufrechnen. Das bringt mich jetzt noch auf den Aspekt, also das habe ich mich gefragt, als ich es gelesen habe, das Bild der Familie zeigen, einer kleinen Gemeinschaft, wo ich aber vielfältige Beziehungserfahrungen machen kann und Sie sprechen immer von günstigen Erfahrungen und ungünstigen Erfahrungen. Ich möchte natürlich immer ungünstige Erfahrungen machen, aber wir sehen doch auch, dass gerade ungünstige Erfahrungen vom Baum fallen, prekäre Verhältnisse, oft sozusagen kompensatorisch, ich weiß nicht, was da im Hirn passiert, aber dazu führt, dass ich etwas ganz Besonderes auspräge. Also vom Baum fallen ist keine ungünstige Erfahrung. Ach. Da lernt man ja was. Also es sei denn, man bricht sich das Genick und bleibt ein ewiger Schaden, aber ansonsten lernt man damit umzugehen. Auf die heiße Herdplatte zu fassen, ist keine ungünstige Erfahrung. Was Sie sich da in Wirklichkeit ja merken, ist, dass Sie ein toller Typ gewesen sind, weil Sie sich das schnell genug gemerkt haben und die Hand wieder weggenommen haben. Das heißt, wir lernen immer nur die Lösung. Und das ist auch hirntechnisch richtig. Was sollen wir denn uns dauernd im Hirn das merken, was schiefgegangen ist? Das Hirn merkt sich das, wie es richtig war. Aber es gibt manche Lösungen, die wir finden, die sich dann auf lange Sicht nicht so günstig herausstellen. Nun haben Sie vorhin von Ihrer Geschichte erzählt. Also der Opa hat vom Krieg erzählt und Sie haben das kleine Baby noch gewickelt. Das scheint mir, da hat das trotz DDR, alles war gut. Aber was ist mit wirklich prekären Verhältnissen? Mutter trinkt, Vater liegt den ganzen Tag auf dem Sofa. Auf Gedeih und Verderb überlassen wir diese Kinder ihren schwierigen Eltern. Aber es gibt doch auch die Geschichten, wo jemand auf einmal aus solchen Verhältnissen ein großartiger Schriftsteller wird oder ein toller Musiker. Das gibt es doch. Das dürfte doch eigentlich gar nicht sein. Und dann erzähle ich Ihnen ein Beispiel dafür, damit Sie es mal verstehen, was das dann wirklich für uns bedeuten würde, wenn wir das ernst nehmen würden. Ja, ich saß irgendwann mal im Zug von Frankfurt nach Zürich und habe ein Manuskript, also so eine Druckfahne gelesen von einem Buch, das heißt Kinder brauchen Wurzeln. Geht es um diese festen Bindungen und das, was einem so wichtig ist. Und dann habe ich das gelesen, da kam da so einer rein, so ein Mann im Frankfurt-Flughafen setzte sich da hin und schielte da immer so rüber und habe ich gesagt, das ist eine Druckfahne von einem Buch. Ah, worüber denn? Ich sage, über die Bindung, über die, wie wichtig das ist, dass Kinder eine richtig gute Bindung haben, dass es ihnen richtig gut geht in dieser Bindung und nur dann habe ich ihn, und dann kennen Sie mich ja, er muss sich da eine lange Rede halten, nur dann entwickelt sich das Hirn richtig. Da sagt er, da bin ich ein tolles Beispiel jetzt für Sie. Meine Mutter ist während der Schwangerschaft, also nach der Geburt psychotisch geworden, die konnte sich nicht mehr um mich kümmern, da hat es eine Tante versucht, die ist nicht mit mir zurechtgekommen, da hat es auch nicht geklappt, dann war ich noch bei einer weiteren Tante, die konnte es auch nicht und dann bin ich ins Kinderheim gekommen und dann war ich in zwölf verschiedenen Kinderheimen. So, und ich sage, oh, das ist aber hart. Sagt er, ja, und jetzt komme ich gerade aus New York, ich bin Rechtsanwalt und habe eine Kanzlei gegründet, also New York, Zürich, Frankfurt und jetzt bin ich auf dem Weg zurück nach Zürich. Ich sage, da muss ja irgendwas bei Ihnen passiert sein, also normal ist das ja nicht. Sagt er, ja, die anderen Kumpels, die er so hatte in dem Kinderheim, sind dort gelandet, wo man das so üblicherweise vermutet. Prekäre Verhältnisse, schlechtes Ergebnis. Und was war bei Ihnen? Ja, das hätte er sich auch gefragt und dann hätte er gemerkt, da war es damals, als er so zehn war, da war er gerade in Gießen für ein halbes Jahr in der Schule und da gab es einen Lehrer, Herrn Müller, kann ich mich noch genauer erinnern. und der Herr Müller sei ein Lehrer gewesen, eigentlich, das sei der einzige Mensch gewesen, der an ihn geglaubt hat. Diesem Herrn Müller sei er da begegnet und Herr Müller hätte gesagt, Fritz, ich kann das sehen, aus dir wird was. Und dann hat er gesagt, hätte er das geglaubt, was der Herr Müller gesagt hat. Und dann hätte er plötzlich Interesse gekriegt an dem Fach von Herrn Müller und dann hat es auch Spaß gemacht, noch ein bisschen was anderes zu lernen und nach einem halben Jahr war Herr Müller wieder weg. Und dann sagt er, aber da hatte ich auf einmal so eine Freude am Lernen gekriegt durch den Herrn Müller, dass ich dann auch in den anderen Kinderheimen einfach trotzdem in die Bibliothek gegangen bin. Dann habe ich Abitur gemacht, Jura studiert und vor ein paar Jahren ist mir das mit dem Herrn Müller wieder eingefallen und dann habe ich geguckt, ob der noch lebt und dann habe ich in Gießen tatsächlich die Adresse rausgekriegt, da war er schon 85 und dann bin ich zu Herrn Müller gegangen. Flasche Rotwein, Pralinen, Blumenstrauß und sage, Herr Müller, ich muss es Ihnen jetzt mal sagen, Sie haben mir das Leben gerettet. Sie waren es. Sie, wenn Sie nicht da gewesen wären und hätten mir dann nicht so Mut gemacht, wäre nie was aus mir geworden. Und dann hat der Herr Müller gesagt, ach wissen Sie, ich kann mich gar nicht mehr so genau an Sie erinnern. Der war nicht dement, sondern Herr Müller war immer so. Und das ist es. Jeder von uns in jeder Kommune hat jeder Bürger die Möglichkeit, so einem Kind so eine Tür zu öffnen. Man muss es nur wollen. Und Herr Müller hat das eben gewollt. Der hat das mit allen gemacht. Und bei manchen hat das unglaublich gefruchtet und bei anderen hätte vielleicht eine Frau Schulze kommen müssen, weil Herr Müller hat nicht so gut gepasst. Aber wenn jetzt viele da sind, die die Tür so bereit sind, aufzuhalten, dann findet jedes Kind in der Kommune irgendjemanden, bei dem er sich, oder als Junge, oder als Mädchen, wo die sich wohlfühlen, wo die sich gestärkt fühlen, wo die spüren, hier glaubt einer an mich und hier traut mir einer auch was zu. Aber in dieser Verlassenheit mit einem Elternpaar, sorry, das ist zu wenig. Da können hundertmal die Eltern dran glauben, dass aus dem Kind was wird. Auch eine gute Geschichte, dann würde ich jetzt wieder mit meinem mechanistischen Weltbild sagen, wir müssen jetzt aber doch gucken, dass wir mehr Herr Müllers und Frau Schulzes ins System reinkriegen. Deshalb schreibe ich ja solche Bücher und deshalb sitze ich ja hier. Sie können jetzt alle, wie Sie hier nach Hause gehen, können sich ja überlegen, ab morgen kann jeder von Ihnen anders auf andere Menschen zugehen, eben wie Herr Müller. Statt dass Sie da sagen, Sie dumme Kuh, sagen Sie mal, es gefällt mir eigentlich, wie Sie mich hier so eingucken. War da was? Ich habe Sie gar nicht im Blick hier. Also, ich habe hier 10 Milliarden von der Körperstiftung, das ist so ein Halbjahresetal. Nein, aber ich gebe Ihnen die. Also, aber ich habe das Gefühl, nachdem, was Sie gesagt haben, nachdem, was Sie geschrieben haben, die wollen die gar nicht. Nee, 10 Milliarden brauche ich nicht. Aber es wäre schön, wenn wir zum Beispiel ein bisschen Geld hätten, um solche Menschen auszubilden, ich nenne die immer Potenzialentfaltungscoaches, die in so eine Kommune reingehen oder in so einen Stadtteil und dann ein bisschen, aber die dort sozusagen wieder welche suchen, die wie Herr Müller sind und dann diese Personen, die es da überall gibt, die sind ja da, die trauen sich nur nicht oder die haben, es ist keiner da, der ihnen hilft und da braucht man ein kleines bisschen Arrangement und dann passiert das auf einmal und das kostet nicht so viel Geld und dann kann einer, der das einfach gut beherrscht, der bringt das dann in diesem Stadtteil fertig und dann ruft schon der andere Stadtteil, wir wollen den auch. Das ist so wie kochen. Da fängt einer an zu kochen und auf einmal wollen sie alle kochen. Was machen Sie denn? Also Sie schreiben die Bücher, die kann man verteilen, die kann man lesen und dann kann in den Köpfen was passieren, sozusagen die Kochbücher. Ich bin mit Ihnen im Rat für kulturelle Bildung. Das ist auch wichtig, ja. Weil selbst die Kultusministerkonferenz gemerkt hat, dass es nicht sein kann und dass es auch nicht ausreicht, was die Kinder in der Schule so an Sachwissen sich aneignen können, sondern dass man in einer Gesellschaft nicht auf diese kulturelle Bildung verzichten kann. Finde ich großartig, dass da sowas passiert. Muss auch ein bisschen Geld dafür bereitgestellt werden und dann kann man auch öffentlich machen, dass kulturelle Bildung nicht funktioniert durch das auswendig Lernen von Kultur, sondern da braucht man Theater, da muss man was spielen können, da muss man tanzen können, da muss man singen können. Erfahrungen machen. Erfahrungen machen. Und zwar auch solche Erfahrungen, wie schön das ist. Wenn man gemeinsam mit anderen ein Theaterstück auf die Bühne bringt oder ein Chor oder ein Konzert macht. Das heißt, wir haben ja ganz viele solche Möglichkeiten, die wir in der Schule einsetzen können, damit aus unseren Kindern nicht egozentrische Alleinunterhalter werden, sondern dass Kinder eben in der Schule spüren, wie toll das ist, wenn man gemeinsam mit anderen was hinkriegt, was man alleine in drei Teufelsnamen niemals kann. Und solche Menschen, die so eine Erfahrung gemacht haben, die könnten dann auch andere kommunale Kulturen entwickeln. Die werden dann, wenn die das erstmal verinnerlicht haben, dann werden die auch in ihrer Nachbarschaftsgemeinschaft nicht die Tür zumachen, sondern die Tür aufmachen und gucken, ob man nicht mit den Nachbarn was gemeinsam zustande bringen kann. Das ist eigentlich eine Art von Vorgartengestaltung, oder? Also ich gestalte meinen kleinen Umweltbereich. Sie können ja jetzt, es ist ja wieder früh, dann gehen Sie doch mal durch die Vorgärten-Siedlungen durch, also da, wo die ganzen Einfamilienhäuser sind. Und da finden Sie welche, also ich sage das, man kann sozusagen anhand des Vorgartens erkennen, was da für einer drin wohnt. Und zwar im Sinne von Herrn Müller, nicht die Technik, mit der er unterwegs ist, sondern die Haltung. Da gibt es welche, die haben alles eingebetoniert, da traut man sich schon gar nicht hin. Aber dann gibt es auch Vorgärten, da sehen Sie Vorgärten, da fühlen Sie sich richtig angezogen. Da hätten Sie richtig Lust reinzugehen und zu sagen, Mensch, das finde ich toll, was Sie hier für den Garten gemacht haben. Und wenn Sie das dann wirklich mal täten, wissen Sie, was dann passiert? Dass da jemand rauskommt und sagt, das finde ich toll, dass Sie das mir sagen, weil so wollte ich das auch. Und dann machen Sie eine Erfahrung miteinander und dann passiert etwas und das ist das Bezaubernde, das ist keine Beziehung, das ist eine Begegnung. Und wir dürften eigentlich gar nicht mehr reden über Beziehung. Beziehung ist auch, wenn ich Ihnen eine feure. Weil wir nehmen auch immer die falschen Worte. Beziehung ist ein neutrales Wort, das sagt gar nicht, was für eine Beziehung. Wir müssen doch die Qualität der Beziehung definieren, die wir haben. Und es gibt nur eine Qualität, die richtig im Sinne von Verbundenheit und Potentialentfaltung wäre und das ist die Begegnung. Nicht das Treffen, sondern die Begegnung. Und da steckt auch in dem Wort drin, was da drinstecken kann, dass da zwei ihre unterschiedlichen, in unterschiedlichen Welten gemachten Erfahrungen zusammenführen und Austausch. Und das ist Wachstum. Alles andere ist nur Verteidigung von Besitzständen. Da braucht man sich nicht zu begegnen. Wenn man Besitzstände bewahren will, braucht man sich nicht zu begegnen. Im Gegenteil, da muss man dauernd einen Gattenzaun rumbauen, damit keiner reinläuft. Der Zaun war es, das habe ich mir schon gedacht. Aber ich erzähle Ihnen meine Lieblings- Hamburg-Geschichte, Ihnen habe ich sie vorhin schon erzählt, aber Ihnen habe ich es noch nicht erzählt. Das war nämlich eine mit einem muffigen Taxifahrer. Und ich bin schon ein bisschen empfindlich, also wie man so miteinander umgeht. Und der war so muffig hier am Hauptbahnhof und ich musste eigentlich dringend weg, dass ich gesagt habe, also ich wollte einsteigen, dann hat er die Zigarette so weggefeuert und irgendwie, es war wirklich nicht schön. Und dann habe ich gesagt, ach, Sie wollen gar nicht fahren, wir lassen es lieber. Und dann stand ich also ab. Jetzt war aber meine Not den Termin einhalten zu wollen und es kam keiner hinter mir. Also er stand weiter mit seinem Taxi da und ich stand daneben und brauchte ein Taxi. Er war aber der erste in der Reihe. Und dann habe ich so ein bisschen, dann habe ich mich überwunden, vielleicht dieser Impuls war wichtig. Ich habe gesagt, okay, wir versuchen das jetzt miteinander. Und dann habe ich mit ihm ein 20-minütiges Gespräch gehabt über Muffigkeit, über die Gestaltung des Vorgartens und also über seine Biografie. Die war natürlich kompliziert und die war eigentlich auch ein bisschen traurig. Aber man hatte das Gefühl, man hörte ihm zu. Und als ich ausgestiegen bin, sagte er, das war ein gutes Gespräch, sagt der Taxifahrer. Und das ist eine, natürlich bin ich da jetzt der Held in der Geschichte, aber das war noch, bevor ich... Man darf doch Held sein. Man darf auch mal Held sein. Nee, aber ich glaube, das ist wirklich so. Also auch diese Panzerung von schlechter Laune, mit der die Leute, die auch sozusagen die Besitzstandswahrer, herumlaufen, einfach mal sozusagen sachte zu perforieren. Und da gehört manchmal eine gewisse Direktheit auch dazu. Und Sie haben das ja auch. Also es neigt sich ja bei uns jetzt so ein bisschen. Und ich möchte, also gleich komme ich noch mal vielleicht doch noch mal am Ende auf die Praxis, Praxisfrage, damit Herr Dittmann mich nicht schillt. Aber ich habe es schon ein paar Mal versucht, glaube ich. Aber was machen Sie mit all denen? Das ist ja nun schon ein ziemlicher Aufschlag, den Sie da machen. Das ist eigentlich so eine Art von Global Change Management, was Sie vorschlagen. Die sagen, also der Mann ist Hirnforscher. Wir sind aber die Erziehungswissenschaftler. Wir sind die Theologen. Wir sind die Verwaltungswissenschaftler. Wir sind die in tausenderlei Hinsicht einfach Zuständigen in verschiedenen Feldern, wo Herr Hüther jetzt einfach mal so durch den Vorgarten geschlappt kommt und sagt irgendwie, das ist alles falsch, wie ihr das macht. und ihr müsst jetzt einfach es sozusagen mal locker lassen und sozusagen das Richtige wollen. Was machen Sie mit dem? Wenn ich, also insgeheim denke ich, Besitzstandwahrer. Ja gut. Und was ich dann versuche, ist Ihnen deutlich zu machen, dass wissenschaftlicher Fortschritt noch nie dadurch möglich geworden ist, dass einzelne Disziplinen im eigenen Saft kochen. Die wirklichen großen Fortschritte in der Wissenschaft sind dann entstanden, wenn sich zwei verschiedene Disziplinen begegnet sind. Biophysik, Biochemie. Was weiß ich auch. Das, was am Entfernten ist, im Kopf, das miteinander zu verbinden. Was Neues wird doch nicht im Hirn erfunden, sondern es entsteht immer dann eine kreative neue Idee im Hirn, wenn ich den Kram, den ich in der Birne habe, auf eine neue Weise zusammenbringe. Das heißt, es geht gar nicht darum, dass man da was Neues ins Hirn tut, sondern dass man das, was man hat an Wissen, dass man es endlich zusammenbringt. Und das wird nur funktionieren, in dem man aufeinander zugeht und nicht in dem man sich voneinander abgrenzt. Und diese Phase haben wir dann aber auch in unseren Wissenschaften hinter uns, wo jede Wissenschaft erst mal als Besitzstand war, und mussten erst mal sehen, dass sie hochgekommen sind. Psychologie ist so eine Truppe. Und die mussten erst mal sehen, dass sie sich überhaupt als Wissenschaft etablieren. Dann mussten sie sich selbst eine Objektivität geben und den naturwissenschaftlichen Anstrich. Und deshalb mussten sie versuchen, also eine Wissenschaft zu werden, die auch objektiv ist. Und das Ergebnis davon ist, dass heute Psychologiestudenten mehr Zeit damit verbringen, Statistik zu lernen, als irgendwie mal mit einem anderen Menschen zu reden. Und da ist irgendwas daneben gegangen. Das heißt, es ist eben auch wieder diese Kultur aus dem vorigen Jahrhundert. Und für das 21. Jahrhundert wird es nur so gehen, dass wir allmählich begreifen, dass wir nur weiterkommen, indem wir dieses verschiedene Wissen zusammenführen. Und wenn da jetzt eine Disziplin wie die Hirnforschung an so einen Punkt kommt, wo die sagen muss, hey Jungs, das könnte sein, dass wir ein bisschen ungünstig unterwegs gewesen sind. Und hier gibt es doch Möglichkeiten, hier sind Potenziale da, hier ist die Möglichkeit, dass Menschen zeitlebens noch mal was Neues dazulernen. Da ist die Möglichkeit, dass das, was an Talenten und Begabung in jedem Kind steckt, auch wirklich zur Entfaltung kommt. Dann müssten sich doch eigentlich die Pädagogen, die müssten sich doch freuen. Ich verstehe überhaupt nicht, warum die sich dann ärgern darüber. Und da merkt man, die ärgern sich deshalb, weil sie glauben, hier fuscht ihnen einer ins Handwerk. Und deshalb habe ich schon aufgehört. Und die richtige Antwort heißt jetzt immer, ich würde das ja lieber gar nicht machen, dass ich irgendwo was über die Schule sage. Aber leider, und das wäre ja auch die Aufgabe der Pädagogen, Schule zu ändern. Aber wenn die das nicht machen, dann muss ich ihnen so ein bisschen, muss ich sie ein bisschen ärgern. Gut. Solange sie dann kein Hirn ist rein. Ja, ich bringe sie ja auch nur in ein Dilemma. Die glauben, sie könnten ewig so weitermachen und ich erkläre ihnen, aber fürs Hirn wäre es nicht so günstig. Und dann müssen sie sich entscheiden. Ja, ich finde das schön, wie sie da alle halt so rein, so kleine Raketen mal da rein schießen und gucken, was passiert. Okay, ich bin überzeugt, Community Education ist das Stichwort. Das merken wir uns jetzt noch am Ende. Also darum könnte es gehen. Ja, auch in unseren Städten etwas zu finden, dass ein Dorf ein Kind aufziehen kann. Aber was machen wir jetzt? Jetzt sitzen wir hier, ich sage, ich bin dabei. Was tun wir? Ja, also das eine ist, dieser Prozess, dieser Veränderungsprozess beginnt mit jedem. Also wenn jeder hier jetzt dabei ist, wären wir schon mal eine ganze Menge hier in Hamburg, die an den Orten, wo die sind, schon mal was bewegen können. Das zweite ist, dass man sich überlegt, ob man nicht in einzelnen Bereichen der Stadt guckt, ob es sowas schon gibt. Dann gehört das mal in die Zeitung. Dann gehört das mal hochgehoben. Da muss man mal sagen, guck mal, da haben die das hingekriegt, eine Wohngemeinschaft aufzubauen, wo Alte und Junge zusammen sind. Und zwar nicht zwangsmäßig, sondern freiwillig. Da gibt es viele Projekte, wo Menschen versuchen, solche gemeinschaftlichen Wohnprojekte umzusetzen. Und woran scheitert es? An einer Vorschrift von diesem städtischen Bauamt, dass man also irgendwo nur bauen darf, wenn man dafür auch genügend Parkplatz ausweisen kann. Also da sind auch hirnrissige Bestimmungen am Werk. Das ist einfach alles ungünstig. Und da kann man versuchen, das günstiger zu gestalten. Und was wir sicherlich brauchen, ist wirklich der Wille, es in einzelnen Bereichen, vielleicht dort, wo es am allerschlimmsten ist, in so einer Stadt, in einem Bereich, wo man normalerweise sagt, da geht gar keiner mehr recht gerne hin, hin, dass man dort einfach mal versucht, ob es nicht möglich ist, dass die diese andere Kultur aufbauen. Und das wird aber nicht möglich sein, wenn man sie alleine lässt. Das wird auch nicht möglich sein, wenn man den Finger hin zeigt, wie elend die sind, sondern da muss man hin. Und dann kann man vielleicht, musste man aber nicht hin, als einer, der es besser weiß und der denen sagt, wie es geht, sondern müsste man hin, als einer, der die einlädt und ermutigt und inspiriert, vielleicht einfach erst mal gemeinsam unten auf der Wiese mal zu essen. oder einen Schluck Wein zu trinken, ein bisschen Musik zu machen und dann noch ein paar andere einzuraden. Und so kann dann plötzlich was werden. Also es geht schon, aber wenn man keine Lust drauf hat, geht es halt nicht. Nein, dann geht es gleich gar nicht. Ich habe einmal gezuckt in dem Buch, als sie sagen, es wäre doch toll, wenn sozusagen Horden von Kindern und Jugendlichen altersgemischt durch die Stadt gehen und das erkunden, was da alles möglich ist und die erfinden dann auch neue Sachen und dann denke ich, ja, das ist wirklich toll. Und dann kommt Streichelzoo. Herr Hüther, Streichelzoo? Wir haben ja in Thüringen dieses Modellprojekt, hatte ich schon gesagt, neue Lernkultur in Kommunen und da geht es darum, dass Kinder eingeladen werden, da draußen irgendwas zu gestalten. Und da ist in einer Kommune sind die Kinder auf die Idee gekommen, sie würden gerne einen Streichelzoo bauen. Und dann ist die Stadt, hat denen ein Gelände zur Verfügung gestellt, da könnt ihr einen Streichelzoo hinbauen. Und dann haben Kinder im Kindergarten Pläne erarbeitet, was für Tiere da rein sollen, welche aus der Schule haben berechnet, wie die Häuschen aussehen müssen, die man da bauen muss, welche aus der Berufsschule haben Kostenkalkulationen gemacht, wie man das Ganze aufsetzen muss, damit das als sich selbsttragendes Unternehmen auch funktioniert. Und dann wurde dieser Streichelzoo realisiert und ist ein Ort geworden, wo Mütter mit ganz kleinen Kindern aus allen verschiedenen Kulturen, die normalerweise immer alle zu Hause sitzen mit ihren Kindern, wo die jetzt gerne in diesen Park gehen, in diesen Streichelzoo, ihren kleinen Eintritt bezahlen und dann sitzen diese Mütter mit ihren Kindern gemeinsam auf der Bank, die normalerweise nie miteinander reden würden, weil die sich hier gar nicht treffen würden und die Kinder streicheln gemeinsam diese Ziege und das Schaf. Das ist Streichelzoo. Das ist eine Begegnungsstätte. Auch der Streichelzoo kann ein Anfang sein. Und nur um zu beweisen, dass das, also wir haben jetzt gesehen, der Streichelzoo ist natürlich doch eine ernste Angelegenheit, das klang nur so nett. Hier sind auch noch andere Tierbilder, die sind ein bisschen heftiger. Diesen Satz lese ich Ihnen vor, obwohl Sie ihn geschrieben haben, aber Sie haben vielleicht noch nicht gelesen. Hat mir gut gefallen. Die meisten Kommunen sind keine Adlerhorste, in denen die Überflieger und Gestalter der gemeinsamen Zukunft heranwachsen. Sie gleichen eher Hühnerhöfen, in denen jeder froh ist, wenn er ein Korn findet und in denen kaum noch jemand bereit oder in der Lage ist, die Kleinen das Fliegen zu lehren. Herr Hütter, ich danke für das Gespräch. Über die Umsetzung müssen wir noch, denken wir weiter nach. Sie sollen die Gelegenheit haben zu fragen, aber das ist die große Bitte, fragen. Also jetzt nicht, wir haben aber bei uns auch einen Streichelzoo, da war ich mal drin, das war ganz toll, da sitzen jetzt auch die Kinder an der Kasse, sondern Sätze, Fragen sind Sätze, die am Ende ein Fragezeichen haben. Vielleicht haben Sie sowas. Lehrer, hm? Mikro kommt da. Herr Hütter, kennen Sie eine... Kommen Sie bitte nach vorne, wir können Sie sonst nicht sehen. Hallo, Ulrich Mertens. Herr Hütter, kennen Sie eine Plattform, wo solche Beispiele versammelt sind, wo man sich Anregungen holen könnte? Ja, also noch nicht so, wie ich Sie mir wünschen würde. Dafür würde ich mir die Unterstützung der Körperstiftung noch mal erhoffen, aber im Rahmen dieser neue Lernkultur in Thüringen, es gibt es eine Plattform, die heißt Nelecom, www.nelecom.begleitprogramm.de und da findet man lauter solche Beispiele. Eines der schönsten Beispiele ist das Projekt Sprachbotschafter. Nein, nicht Sprachbotschafter, sondern Botschafter der Freundlichkeit. Total was Süßes. Zwei Kindergartenkinder und zwei Grundschulkinder gehen gemeinsam durch die Stadt und suchen nach Menschen, denen es nicht gut geht. Und die haben sich aber vorher in einem Selbststudium die Grundkenntnisse angeeignet, woran man erkennt, dass es einem nicht gut geht und was man machen kann und wie man den ansprechen muss. Und dann haben sie sich gegenseitig auch noch eine Prüfung abgenommen und dann haben sie so eine Scherbe gekriegt mit so einem Ding, steht Botschafter der Freundlichkeit Erfurt drauf. Und dann sind die unterwegs in der Stadt und ich sage Ihnen, das ist beeindruckend, wenn da einer mit so einem mürrischen Gesicht rumsteht und dann kommen zwei so Kleine an und sagen, können wir irgendwas für Sie tun? Sie sehen sie drauf. Das ist mein Ding. Das ist mein Ding. Und das Beispiel ist deshalb schön, weil Sie ahnen, man kann auch dann die Kinder und das ist möglicherweise das Geheimrezept, möglicherweise sind die Kinder die Akteure, die wir suchen sollten, um diese neue Kultur in die Kommunen zu bringen. Die haben es ja noch. Die können das noch auf andere zugehen. Und wenn wir denen mehr Möglichkeiten geben, diese besondere Fähigkeit in das kommunale Leben einzubringen, dann kann es sein, dass die Kinder das besser können als ein diplomierter, promovierter Sozialarbeiter. Noch mal sagen, wie die Seite heißt. Nelekom, so wie Telekom, aber mit N am Anfang und mit C in der Mitte. Nelekom. Das ist eine Abkürzung für? Das für neue Lernkultur in Kommunen. So können Sie sich das merken. Nelekom. Da ist ein... Ja, meine Frage ist, also es gab ja in der 68er-Bewegung viele Kommunen und die sind ja alle an irgendetwas kaputt gegangen. Und haben Sie eine Erklärung, woran die kaputt gegangen sein könnten? Weil die hatten ja alle diese vielen sozialen Ideen und wir machen alles zusammen, wir ziehen unsere Kinder zusammen, groß und so weiter. Warum sind die denn auseinandergegangen? Das waren lauter Gleichgesinnte. Und dadurch sind die sehr leicht ideologisch geworden. Und dann haben die bestimmt Interessen verfolgt. Die einen wollten alle Gruppensext, die anderen wollten irgendwas anderes. Aber sie wollten nicht alle was gemeinsam. Und vor allen Dingen waren sie nicht in der Lage, mit Andersartigen wirklich zusammenzukommen. Die haben immer geredet, dass sie das Proletariat befreien wollen, aber keiner war in der Lage, mit dem Arbeiter wirklich zu reden. Das heißt, es war ein dummes Geschwätz. Aber auch durch solche Phasen muss man durch. Das ging schnell. Das ist schwierig, weil das... Da entschuldige ich mich jetzt auch bei denen. Aber es hat natürlich auch so eine Emanzipationsbewegung gebraucht nach all diesem... Das ist ja oft genug nun gesagt worden. Aber sie hat nicht dazu geführt, dass eine neue Kultur entstanden ist. Und deshalb sind die ja dann auch aus den Kommunen wieder raus in die Verwaltungen und sind dieselben geworden wie wir. Wir sitzen jetzt hier. Also ich weiß nicht, wie viele von Ihnen mit dabei waren damals. Meine Frage ist, wie können wir es schaffen, dass motivierte Lehrer, die also voll sind von tollen Ideen, die auch wirklich umsetzen können gegen die Kultusbürokratie. Es hat eine Lehrerin in Bayern gegeben, die hat es geschafft in der Grundschule, dass keine von den Kindern mehr eine 4 geschrieben hat. Die schlechteste Note in ihrer Klasse war eine 3. Diese Frau ist versetzt worden. Die hat einen wahnsinnigen Kampf führen müssen. Die hat ein Buch darüber geschrieben. Ich weiß jetzt, ich habe das nicht mehr verfolgt. Aber das ist ja so ein Leuchtbeispiel gewesen. Die hat ihren ganzen Unterricht so aufgebaut, dass sie alle mitgenommen hat. Und eben auch Kindern aus schwierigen Verhältnissen. Und in ihren Klassenarbeiten hat eben keiner mehr eine 4 geschrieben. Und das hat dem Schulleiter nicht gepasst und dem Bayerischen Kultusministerium schon gar nicht. Und das ist ja genau dieser Verwaltungskomplex, an dem wir vorhin schon waren. Da hätte ich gerne mal überlegt, was wir da machen können. Da kann man nur eine Borde platzieren. Also ich versuche es ganz kurz zu machen. Ich war ja bei Frau Merkel einer der Kernexperten für die Zukunft des Lernens. Da habe ich eins gelernt, nämlich, dass wir vergeblich darauf hoffen können, dass die Politik uns ein anderes Schulsystem schenkt. Die können das nicht. Das heißt, wenn wir jetzt andere Schulen haben wollen, in denen so etwas nicht mehr vorkommt, dann kann man das nicht an die Verwaltungsorgane abgeben und an die Schulaufsichtsbehörden, sondern da muss man sich selber kümmern. Und dann habe ich mich umgesehen in Deutschland, es gibt ja einige Schulen in Deutschland, da gehen die Kinder so gerne hin, weil es da so toll ist, dass die weinen, wenn Ferien sind. Da müssen sie mal hingehen und müssen gucken, was ist das Geheimnis dieser Schule. Und das Interessante ist gar nicht der Unterricht. Das Geheimnis ist nicht der Unterricht, das Geheimnis ist, dass das Schulen sind, in denen es gelungen ist, ein festes Bündnis zwischen Eltern, Lehrern, Schulleitung und Schülern oftmals herzustellen. Das heißt, es ist eine Schule, in der sich jeder auf jeden verlässt und wo die auch richtiges, festes Vertrauen haben. Und die können machen, was sie wollen. Da ist ja gar keiner mehr da, der sich bei der Kultusbehörde beschwert. Die könnten auch mit, die würden sowas auch nicht machen. Was Sie da schreiben, ist, beschreiben, ist ja wieder das Ergebnis eines Prozesses, ein einzelner Lehre, der es besser macht, als die anderen, wird von den anderen Lehrern gemobbt. Warum? Weil sich die Lehrer überhaupt nicht darüber im Klaren sind, wozu sie überhaupt in der Schule sind. Nicht zum Mobben und um klug zu scheißen, sondern um den Kindern zu helfen, dass die alle ihre Talente und Begabungen entfalten können. Das ist aber leider denen aus der Erinnerung gefallen. Und da muss man dann ein Bündnis bauen, in dem sich alle Beteiligten wieder einig sind, wozu Schule eigentlich da sein soll. Und da können sich doch Eltern, Lehrer, Schulleitung und sogar die Schüler einig sein, dass eine Schule eigentlich dazu da sein sollte, dass dort jedes Kind seine Talente auch wirklich entfalten kann. Und wenn das dann passiert, wird es interessant. Und deshalb haben wir dann in der Folge dieses Kanzlerdialoges und drei dieser Kernexperten haben dann diese Bewegung oder diese Initiative gegründet, die heißt Schule im Aufbruch. Finden Sie auch im Internet? Schule im Aufbruch. Und die verfolgt im Grunde genommen ein einziges Ziel, die sagt, eine Transformation ihrer Schulkultur, die Verbesserung ihrer Lern- und Beziehungskultur in der Schule ist möglich, ein schwieriger Prozess, ein Kulturwandelprozess. Aber bevor Sie den überhaupt hinkriegen, dann kriegen Sie nie hin. Der ist wie eine Bergbesteigung. Und wenn Sie da hoch wollen auf den Berg, dann brauchen Sie unten eine ordentliche Basisstation. Und diese Basisstation heißt Bündnis. Deshalb, bevor irgendeine Schulveränderung stattfindet, machen Sie ein Bündnis. Eltern, Lehrer, Schulleitung, Schüler. Und in Göttingen gibt es eine Schule, die hat so etwas vorgemacht mit so einem Bündnis, IGS Göttingen, die hat vor einem Jahr den Schulpreis gekriegt. Und da hatte dann die Landesregierung in Niedersachsen ja beschlossen, wie in vielen anderen auch, dass jetzt das Abitur zwölf Jahre dauern soll, nicht mehr 13. Das ist für so eine Gesamtschule ziemlich kompliziert, wenn die plötzlich ein Jahr abschneiden sollen. Dann haben die Eltern, die Lehrer, die Schulleitung und die Schüler gemeinsam beschlossen, dass in dieser Schule, in der zehnten Klasse, alle sitzen bleiben. Erledigt. Das ist Emanzipation. Das ist die Selbstverantwortung von Bürgern, die gegen unsinnige Verwaltungsvorschriften dann plötzlich eine Lösung finden. Und die ist so einfach, dass man einfach sagen will, wow. Aber die geht nur dann, wenn man sich einig ist. Und wovon unser System, weshalb wir so viel Verwaltung brauchen und alles verwalten müssen, hängt damit zusammen, dass wir uns nicht selbst organisieren können. Dass wir uns gar nicht emanzipiert haben. Dass wir eigentlich, offenbar finden wir das auch toll, dass wir verwaltet werden. Da braucht man nämlich nicht so viel Verantwortung zu übernehmen. Weder für sich, noch für andere. Also das Gegenmittel, habe ich jetzt gelernt, ist eigentlich immer Netzwerkbildung. Also immer, wenn Sie sagen, ein Bündnis schließen, es ist wichtig, dass Leute ins Gespräch kommen über das, was sein soll. Sie müssen sich, aber ein Netzwerk per se nutzt auch noch nichts. Man muss auch wissen, wofür man das Netzwerk aufbaut. Schon klar. Und dann eine gewisse revolutionäre Listigkeit. Alle bleiben sitzen. Auch nicht schlecht. Das ist kreativ. Das ist kreativ. Wo sind noch Lehrer, die sagen, Sie sprechen einfach. Wie sind Lehrerin? Ich bin Lehrerin, ja, und ich bin Herr Müller. Also ich habe wirklich das Gefühl, so eine Schulidee entwickelt zu haben, die, wie haben Sie das eben gesagt, diese Frechheit besitzt. Und wenn wir uns jetzt, wenn es ganz viele Herr Müllers irgendwo gibt, die auch ihre Schulidee schon verwirklichen, und wir befinden uns wirklich an dem Übergang vom Einzeller zum Vielzeller, dann ist meine Frage an Herrn Hütter, was raten Sie diesen Herrn Müllers, um das wirklich in diesen Übergang zum Vielzeller zu bringen? Also ich kann es ja nur noch mal sagen, der Übergang beginnt im nächsten Augenblick, wo Sie wieder jemandem begegnen und wo Sie die Chance haben, ihn zurückzustoßen oder ihn anzuziehen. Das heißt, Sie müssen dafür keine neue Schule gründen, sondern Sie könnten auch in der alten Schule, in der Sie sind, könnten Sie anfangen, jeden Augenblick so zu leben, dass Sie das Gefühl haben, als würden Sie hungrige Enten füttern. Dass Sie einfach versuchen, andere anzuziehen, anstatt dass Sie dauernd versuchen, die abzustoßen. Und das Einzige, was ich Ihnen dazu sagen kann, ist einfach, das können Sie nur dann, wenn Sie auch ein bisschen Kraft haben. Also wenn Sie eine Bedürftige sind und wenn Sie sich als Opfer der Verhältnisse erst mal definiert haben und sich dann auch fest damit abgefunden haben, und das doch alles so furchtbar ist und dass man sowieso nichts machen kann, dann geht es nicht mehr. Und das ist das, was ich da versuchen will, in der Öffentlichkeit herzustellen. Dieses Gefühl, dass was geht und dass jeder, jeder an jedem Platz Gestalter ist. Dass es etwas ganz Ungünstiges ist, wenn wir uns gegenseitig einregen, es geht nichts. Jeder kann an seiner Stelle Gestalter sein. Manchmal bin ich in Führungskräfteseminaren und sage, auch eine Putzfrau ist eine Führungskraft. Und sogar die Klofrau. Und dann gucken die mich blöd an und sagen, wieso soll denn die Klofrau auch noch eine Führungskraft? Wenn die Klofrau zum Beispiel möchte, dass sie nicht so viel Arbeit hat und dass die Männer nicht mehr daneben pinkeln, dann kann sie da große Zettel aufhängen und kann sagen, bitte hinsetzen, so wie das beim Pinkeln. Oder sie kann auch, wenn sie es noch ein bisschen weiter treibt, kann sie auch so eine Art Stromschlag. Kann man dann beliebig ausdehnen, die Art. Das fängt mit einer leichten Drohung an und endet dann mit irgendwas. Das ist die alte Prozedur. Die schönere Prozedur wäre, dass die Putzfrau einfach sagt, ich bin doch eigentlich nicht Opfer der daneben pinkelnden Männer, sondern ich bin Gestalter meines Raums. Und dann geht die einfach los und macht den Raum so, dass jeder Mann, der da reinkommt, sagt, wow, für mich Räucherstäbchen, Blumen, schöne Bilder über dem Pissoir. Und dann werden sie ein Wunder erleben, nämlich ein Mann, der in so einen Raum kommt, der für ihn so hergestellt wird, der gibt sich ganz viel Mühe. Das Ergebnis davon ist, sie kriegen ein tolles Klima, die Putzfrau ist toll drauf und sie war der Gestalter. Sie hat sich nicht gewehrt gegen daneben pinkelnde Männer, sondern sie hat die daneben pinkelnden Männer eingeladen, ermutigt und inspiriert. Das ist eine andere Art zu denken. Früher, als es noch richtige Familien gab und richtige Männer, die ihre Söhne erzogen haben, da haben die gesagt, ein Mann setzt sich nicht hin. Bin ich bis heute noch der Überzeugung, dass das richtig ist. In den Anfang der 70er Jahren wurde in Bayern die Nachbarschaftshilfen gegründet. Ja. Auf Basis von ehrenamtlichen Mitarbeitern. Und wo sind die geblieben? Da wurde ja alles Mögliche, ich meine, es wurde Essen auf Rädern geliefert, es wurden die Kleinkinder betreut, es wurden Telefonseelsorge eingerichtet, es wurde mit Blinden spazieren gegangen. Und das alles von Leuten, die einfach das Bedürfnis hatten, sich in ihrer Gemeinde zu engagieren und etwas zu bewirken, etwas zu bewegen, neben dem, was sonst von der Gemeinde organisiert wurde. Ist das eigentlich ganz kaputt? Ich habe es leider nicht weiter verfolgt. Sie sprechen da ein ganz wichtiges Thema an. Das nenne ich immer, das ist das Thema des Geistes einer Gemeinschaft. Der Geist einer Gemeinschaft, mit der die unterwegs ist. Den muss man nähren. Das waren früher tatsächlich auch häufig die kirchlichen Gemeinschaften, die dafür gesorgt haben, dass ein bestimmter Geist da herrscht. Möglicherweise haben die deshalb auch die Nachbarschaftshilfe da unten im Bayer noch installieren können, weil es noch aus diesem Geist heraus geboren war. Aber dann passiert uns immer wieder das Fatale, dass wir uns um diesen guten Geist nicht kümmern. Da richten wir irgendwas ein und dann wird da vergessen, was eigentlich der gute Geist ist. Dann nähren wir den nicht und dann verschwindet der. Also ich erzähle das immer am Beispiel unseres Krankenhauses in Göttingen. Also Universitätsklinikum Göttingen müsste doch vom guten Geist besessen sein, dass vom Oberarzt bis zum Hausmeister jeder alles, was in seiner Kraft tut, was in seiner Kraft steht, dafür tut, dass die Leute da drin möglichst schnell wieder gesund werden. Das wäre der gute Geist eines Krankenhauses. Den muss man aber nähren. Da muss man dem Hausmeister sagen, dass man sich freut, dass er das so macht. Dem Chefarzt muss man Räume geben, dass der das machen kann. Den Krankenschwestern. Und dann sind sich alle einig, wofür sie da sind. So gibt es auch einen guten Geist der Schule, wenn man ihn nährt. Und so gab es auch gute Geister in diesen Kommunen. Und dann vergessen wir immer, dass man das nähren muss, dass man sich kümmern muss um den guten Geist. Und dann hat er diese Eigenschaft, dann verdünnt er sich. Das heißt ja auch Geist, weil er fürchtig ist. Und dann ist er weg und dann wird das soziale System, Krankenhaus, Kommune, plötzlich nicht mehr von einem guten Geist zusammengehalten. und dann kommt ganz schnell ein anderer Geist, ein Ungeist und der heißt zum Beispiel Verwaltungsgeist. Und das ist uns in Göttingen auch passiert. Das ist auch da unten wahrscheinlich passiert. Oder Klagegeist ist auch ein schöner, der kommt auch oft. Und dann hat auf einmal dieser Geist das System besetzt. Und dann machen die Leute in dem Krankenhaus vom Chefarzt bis zum Hausmeister, einschließlich der Patienten, nur noch die Erfahrung, dass sie verwaltet werden. Und dann wissen sie, das ist furchtbar. Das heißt, wir müssen nicht nur die Leute finden, die wie Herr Müller sind, sondern wir müssen auch einen Geist in der Kommune versuchen aufzubauen und zu nähren, der solche Menschen wie Herrn Müller kräftigt. Dass die auch weitermachen, dass die nicht einmal was gründen wie die Tafel oder wie Nachbarschaftshilfe. Und wenn die Leute, die das gegründet haben, älter geworden sind, bricht das in sich zusammen. Dann hat man vergessen, dass das eigentlich etwas ist, was im Geiste fortgeführt werden muss. Und das geht nur, wenn sich also eine Kommune darüber im Klaren ist, dass es wichtiger als die Verwaltungsstruktur, die sie da hat, ist eigentlich der gute Geist. Aber da haben wir immer keinen, der sich drum kümmern will. Halb neun, meine Damen und Herren. Ist noch was Dringendes? Ich weiß. Also, man lernt nur durch Begegnung. Ich danke für die Begegnung. Ich auch. Ich hatte das Gefühl, es war sozusagen eine Multi-Multi-Begegnung und unter Umständen haben wir was gelernt. Danke Ihnen sehr. Kommt bitte nach Hause. Schuss gemacht. Tschüss. 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 Vielen Dank.